wo muss ich hin hallo sakura die omega hülle irgendwie nach norden östen aber der zug macht es doch nicht als ob ein zug mich zu einer hülle fährt no 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 der seien hallo zü an zü an ja ne 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 dankeschön für 39 monate ich hoffe dir geht es gut ich hoffe eldenring macht ihr weiterhin spaß das c ist special ich habe schon gehört dass sich alle beschweren dass es unfair schwer ist nicht schwer sondern unfair schwer die nervige art von schwer hallo cruiser vielen dank für den tier 3 wieder mal cruiser vielen 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 dank hallo stabilo 85 streams hat sakura schon am stück geguckt schämst du dich nicht hallo rio ken rio ken hallo megumina hallo megumina hallo werde sie warte das können wir killen für die xp sehr schwer ja aber nicht unfair schwer okay aber dann braucht man sich nicht beschweren weil sehr schwer das kann man ja erwarten unfair schwer ist das was oft nervig ist ja ein perfektes beispiel für unfair schwer in einem spiel man muss sich noch mehr mit allem auseinandersetzen okay warum beschweren sich dann die leute hallo marco mr brian ein beispiel von unfair schwer ich habe das auch schon mal erzählt war rage 2 ein bethesda spiel rage 1 habe ich geliebt rage 2 war dann schon nicht so geil und die haben dann ein update rausgebracht mit einem extrem schweren schwierigkeitsgrad und natürlich dafür auch eine trophäe und da ich trophäen jage nicht nur shinies muss ich dann diesen extrem schweren schwierigkeitsgrad auch machen und das ging auch alles ganz gut die ganze zeit weil man konnte das mit seinem new plus charakter natürlich machen und am ende gab es gibt es einen fetten boss und mein charakter war komplett aufgelevelt maximale munition maximale stärke maximales level maximal die besten waffen und der letzte boss ging nicht ich meine es ist sogar noch mehr als unfair du konntest mit voller munition reingehen und all seine munition auf den boss ballern er war vielleicht gerade mal zur hälfte tot und auf der stage gibt es keine munition und dann stehst du da und dieser boss ist einfach unschaffbar obwohl du perfekt gelevelt bist obwohl alles perfekt ist stehst du da und kannst nicht weitermachen weil dir die munition fehlt und dann habe ich mir unendlich viel munition gecheatet es war aber auch ein riesen riesen shitstorm den ihr gekriegt haben für dieses scheiß update ach das gute rage 2 rage 1 war so viel besser weil im base game man basically ein god ist und im dlc kommt ein random mob und one shot dich ellenring ist ja auch pipifax habe ich gehört wie komme ich zu diesem item ist das der eine finster stein ah hier nein es sieht mir auch ein bisschen klein aus für eine komplette höhle komm ich hier hoch ok drachenhaut hallo happens guten morgen sagt er ist er gerade aufgestanden das kann doch gar nicht sein der ist doch hat am arbeiten der typ da ist noch ein paar neue pulls gezogen pulls gepullt ey hinten fällt der stein um fällt der immer um bei einer attacke oder nur wenn ich so eine flächenattacke mache der stein ist hinten umgefallen es ist das erste mal das das erste mal und vielleicht auch einzige mal dass ein pokémon spiel quasi im hintergrund sich was ändert wenn du was machst ok cool es musste auch hier noch irgendwo was geben hallo candy man du hast kurz genappt nach der arbeit pipifax ist das ein main game auch schon nicht es ist so pipifax dass ich gesagt habe ich spiele es nicht weil es zu einfach ja du willst doch mich jetzt nicht herausfordern und sagen ich soll das ich soll eldenring auf twitch spielen das würde dir doch nicht einfallen sind das hier die omega höhlen das ist das einzige da hast du nassbogen dafür bekommen gerade habe ich was drachenhaut bekommen das ist eine tm hallo todu hallo carmine hallo verox ich suche den finsterstein um mein duokless zu entwickeln und ich weiß dass einer in den omega ruby ruin ist hallo angel aber bisher habe ich die omega ruby ruin noch nicht gefunden ich meine hier steht überall omega höhle das heißt in einer von diesen kleinen höhlen muss es ja wohl drin sein die omega ruby nennen ok das ist jetzt das erste mal wo es ein bisschen weiter geht hier wird es drin sein wo sind all die gen 6 pokemon bin bei 4k resets hgss starter ich will nicht mehr du darfst dich nicht beschweren bevor du nicht bei den odds bist mucho er hat er explosion mit einem kp gemacht du darfst dich doch nicht beschweren bei hälfte der odds du darfst dich erst beschweren wenn du bei den full odds bist es tut mir leid aber das ist die regel nicht aufgeben welchen starter willst du denn oder checkst du alle du checkst wahrscheinlich alle ne hgss ist doch das einzige wo das geht tut mir auch leid hallo saaki ich weiß ich mach ja schon weiter sehr gut ich habe gestern neues video aufgenommen ich sollte es morgen raus bringen so habe ich ein ausführliches video gemacht wie ich vier gamecubes habe wie ich sie steuere was für equipment ich gekauft habe also wie man sich das selber zusammenbauen könnte wenn man dann verrückt ist und zu viel geld hat denn das video musste ich aufnehmen wenn ich über deoxys reden will weil die vier deoxys habe ich ja jetzt gefunden aber ich will im deoxys video nicht erklären warum ich vier gamecubes habe deswegen extra video über vier gamecubes und dann können wir über deoxys reden am liebsten hättest du gerne vollriegel ich glaube ich hätte am liebsten kanimani weil das shiny von kanimani ist am coolsten ich mag vollriegel auch am meisten aber das shiny von vollriegel ist nicht so geil wie das von kanimani kanimani ist halt dieses geile türkis freu mich auf das video hallo maurikun oh eisstrahl ja damit eisstrahl bestimmt besser als beides aber was mach ich weg aurorastrahl verwirrt doch oder ne angriff lawine was wurde der anwender in dieser runde vom ziel getroffen ach so wenn ich als zweites angreife macht lawine doppelt so viel schaden echt wenn ich als zweites angreife macht lawine 120 schaden aber ich werde immer überlevelt sein ich werde wahrscheinlich die meiste zeit schneller sein aber eisstrahl trifft doch eisstrahl trifft immer wir machen lawine weg es passt schon hallo pilgrim ich finde alle drei haben hübsche shinies trifft sich also ganz gut dass ich die zusammen handen kann ja wann kann man das schon antwort nirgends oh da ist marco wir kämpfen gerade gegen marco marco hat ein georock wie einfallsreich ja ich habe spiel allgemein nicht wirklich fangames von pokémon weil am meisten macht mir Spaß an Pokémon Pokémon zu sammeln und ich habe nichts davon in Fangames Pokémon zu sammeln weil Pokémon in Fangames nicht echt sind, also was heißt nicht echt sind ich kann die nicht die sind nicht legitim für Home, Bank oder was auch immer ich habe viele Fangames ausprobiert am meisten habe ich Reborn gespielt, kann ich nur empfehlen Pokémon Reborn ist sackenschwer und sackenkool und sehr erwachsen auch voll geil hallo, 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 hallo aber ich habe auch sowas wie Insurgents und Uranium probiert und sowas aber ich verliere relativ schnell die Lust dran, weil für mich ist es so, wofür mache ich das alles das ist traurig aber das ist bei mir inzwischen oder schon seit langem so, bei allen Spielen wenn Spiele keine Trophäen haben denke ich mir, warum mache ich das alles wenn die Pokémon die ich sammle, nichts bringen zu sammeln dann denke ich mir, warum mache ich das alles bei mir ist der Spaß wirklich darin zu sammeln und dass es quasi Teil des Systems ist Wenn die Geschäfte für das Messias ... Candyman möchte eine Fusion Okay. 149 und 248. Das sind Legis. So einige Legis. Ein Dragoran und ein Entei oder sowas. Lugia. Despotar. Okay, das macht Sinn, die Fusion. Dragoran und Despotar, quasi beide die Sub-Legis. Nice. Das sieht zwar ganz... Der Kopf sollte auch irgendwie was Spitzes haben. Der Kopf sieht draufgesetzt aus. Es ist eigentlich nur ein Despotar, was orange ist, mit draufgesetztem Kopf. Der Kopf müsste irgendwie böser sein. Der Kopf sieht so draufgesetzt aus. Aber es war eine gute Idee, Candyman. Gute Idee. Hallo Lurky. Hallo JJ. Ist halt wie selber gemalte Briefmarken sammeln. Selber gemalte Briefmarken. So, welches von diesen ganzen Items hier ist der Finsterstein? Hier war glaube ich ein Item. Hier oben. Zu Babyface, genau. Gibt's hier Gen 6 Pokémon, bitte. 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 Ist Quajutsu ein Mainstream-Pokémon? Definitiv. Definitiv. Mainstream, also Main, 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 Mainstream. So was wie Pikachu, Glumanda, Glurak und Bisasam. So Mainstream ist es nicht. Weil ich glaube, wenn du einem Normie auf der Straße, wenn du deiner Mutter oder wem auch immer ein Bild von Quajutsu zeigst, dann wissen die nicht, was es ist. Das heißt, es ist nicht komplett Mainstream, aber in der Pokémon-Welt ist Quajutsu eines der beliebtesten Pokémon. In sehr vielen Spielen kam es auch nicht vor. Ich meine, es existiert erst seit Gen 6. In Gen 7 kam es vor. In 8 kam es nicht vor. Und in 9 kam es wieder vor. Also es kam eigentlich nur seitdem in einer Gen kam es nicht vor. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich... Komm, wir kämpfen alles. Hallo Azrael. Hallo Benny. Wo sind die Gen 6 Pokémon, Mann? Ich könnte eigentlich schon zu den... Ah ne, ich muss jetzt die... Also heute ist der Plan, ich finde den Finsterstein, entwickle meinen Duoclass. Dann machen wir die 8. Arena und dann gehen wir Siegestraße Top 4. Fertig. Weil wir sollten ja keine Story mehr haben, oder? Diese ganze Weltuntergangssache haben wir jetzt letztes Mal gemacht. Bei so einem Gen 5 hat es ewig gedauert zwischen 8. Arena und Top 4, weil da so viel Zeug noch dazwischen lag. Nachthieb, endlich! Ähm... Soll ich Katapult immer noch haben? Aber ja, ich muss Rockzock-Heb mal wegmachen. Wir Foxy-Shiny-Hunten haben mir aber Handgelenke gebrochen. Gebrochen? Was machst du denn? Ist sich geboxt. Außerdem hast du noch eine zweite Hand, exakt. Als ob dich das aufhalten soll. Starte Gen 9 und brüte Eier aus. Dafür brauchst du eigentlich auch nur eine Hand, ne? Also bitte, keine Entschuldigung hier. Ne, wie hast du dir die Hand gebrochen? Ich habe ja noch nie was in meinem Körper gebrochen. Außer meinen Willen. Hallo Magic Banana. Ich nur mein Herz. Du hast dir selbst dein Herz gebrochen. Aber ja, mein Herz auch. Fensterschein. Fuck, Heißbrocken. Ich habe meinen Vater gerammt und bin gegen die Wand gefallen. Oh, mein Leben noch. Oh nein. Blöde Frage. Ist das Video davon auf YouTube? Ja, bitte. Hast du gefilmt, wie du gegen deinen Vater gerannt bist und dir die Hand gebrochen hast? Oh mein Gott. Das will dir eine Lehre sein. Das, was ist die Lehre, die wir daraus ziehen können? Ramme nicht deinen Vater. Ehre deinen Vater. Nicht rennen. Auf dem Gang wird nicht gerannt. Ne, gute Besserung. Ich hoffe, das heilt sich ganz, ganz schnell. Und, ähm... Ich glaube schon, dass du dir die Zeit ganz gut vertreiben kannst, indem du einfach shiny huntest mit einer Hand. Vor allem die Switch hat ja die Möglichkeit, dass du nur einen Joy-Con in der Hand hältst. Ist nicht Gen 9, also zumindest Let's Go ist mit nur einem mit einer Hand steuerbar komplett. Und den anderen musst du die ganze Zeit hin und her wechseln. Und Schwarz-Schwärtsschwärtsschwärtsschwärtsschild auch, ja. Dann gehen wir mal hoch. Ich bin nach drei Jahren circa wieder voll im Pokémon Grind und deine Videos sind super unterhaltend. Dankeschön. Soll ich bauen? Soll ich bauen? Dankeschön. Du musst den Gips die ganzen Sommerferien tragen. Ich meine, du hast hier das Handgelenk gebrochen. Das ist, glaube ich, einer der kompliziertesten Brüche, die es gibt. Natürlich musst du das die ganze Zeit tragen. Hättest du mal nicht deinen Vater gerammt. Es sind Sommerferien? Ja, oder in manchen Bundesländern sind sie wahrscheinlich schon losgegangen. Ich meine, letztens war doch schon Abitur in manchen Bundesländern. Du musst auch nicht mitkriegen, dass Sommerferien sind. Das muss man nur mitkriegen, wenn man selber Kind ist oder wenn man Kinder hat. Wen interessiert, ob Sommerferien sind. Der Finsterstein ist hier hinten versteckt. Okay, es wäre logischer, weil Finster hier hinten, Finsterstein und so. Okay. Wo geht es jetzt lang? Oder Kollege, der immer Urlaub nehmen will. Ja, Kinder hat. Ich glaube, das ist der Anfang von der Höhle, ne? Okay, irgendwo, glaube ich, war noch was. Sollte Schutz dann machen. Die dünnste Brücke in ganz Carlos. Finsterstein! Mann, wo ist der? Ich werde nicht nachschauen. Aber ich mache jetzt einen Top-Schutz an. Wo ist mein Top-Schutz? Warum ist beim Ball-Symbol Top-Schutz? Hatten keinen Platz mehr. So, wo ist jetzt hier die Action? Wo ist die Finsterkeit? Da, Queen, Duck. Wieso, weshalb, warum? Sag nicht, wir sind versteckte Seite. Das darf nicht sein. Ich war hier überall. Da bin ich auch zurückgekommen. Wenn ich hier hoch, dann bin ich da zurück. Okay, dann das Einzige. Dann gehen wir da runter. Hallo, Itachi. Was ist denn leveln? Looten und leveln. Hallo, Scarlight. Versuche seit ein paar Tagen meine PS5 zu verkaufen. Sie dreiste Anfragen bekommen. Scheinbar sind PS5 nicht mehr so gefragt. Nee, weil inzwischen kann man die überall kaufen. Was war die dreisteste Anfrage? Schenk mal, Bruni. Gehst schwimmen, Danu. Viel Spaß. Nintendo macht wenig für Influencer, oder? Nintendo ist bekannt dafür, dass sie... Also vor allem Nintendo Japan ist bekannt dafür, dass sie nichts von Influencern halten. Weil die denken, das ist keine Werbung für die, sondern nur, naja, negativ. Inzwischen wird das ein bisschen besser. Funfact, die Japaner halten auch nicht viel von Podcasts. Die denken, die verstehen nicht, warum Leute eine Stunde lang Leuten zuhören sollten. Die verstehen auch nicht, Influencern Kopien zu schicken, dass die dann das Spiel spielen. Für Japaner ist Werbung nur, wenn du jemanden bezahlst und der sagt, was du dem gibst zu sagen. Werbung halt. Das ist inzwischen ein bisschen besser geworden, weil ich glaube, der amerikanische Zweig ein bisschen unabhängiger wurde von Japan. Oder der EU-Zweig vielleicht auch, weiß ich nicht. Und inzwischen werden Influencer gratis eingeladen zu den Weltmeisterschaften, zu bestimmten Events. Und es gibt sogar Influencer, die Werbungen in YouTube-Videos machen, also gesponsert sind von Pokémon, von Nintendo für gewisse DLCs, die rauskommen. Oder Events wie die Pokémon-Weltmeisterschaft und sowas. Das ist jetzt häufiger geworden. Aber im Allgemeinen, Nintendo hat so eine Stellvertreter-Agentur halt. Und wenn du die anschreibst, dann kriegst du, was du meist, was du höchstens kriegst, ist halt Codes und Spiele gratis. Und die kriegst du meistens auch bloß ein paar Tage später. Das heißt, wenn du Influencer bist und du hoffst, dass du das Spiel gratis zu bekommen, dann kriegst du es meistens erst eine Woche danach. Und dann ist es für dich auch nichts, weil du musst es halt am besten davor kriegen, um der Erste zu sein, der Videos darüber macht. Deswegen, nee, Nintendo und Pokémon Influencer zu sein, ist nicht angenehm, was Sponsoring anbelangt. Oder was Unterstützung anbelangt. Was mit dem Mix-Switch-Typen habe ich auch gelesen. Hat gelesen, dass Nintendo wieder zwei Switch-Modder am Lawsuten ist. Am Lawsuten. Ja, ich meine, zu Recht, wenn die Leute auch einfach so unfassbar dumm sind, wie sie ihre Produkte machen. Hallo, Thomas. Oder man wird in den Nintendo-Zentralen eingeladen, wo man Spiele antesten darf. Das kommt vor. Habe ich noch nie erlebt. Aber echt? Ich glaube, es gibt bei so riesigen Nintendo-Sachen... Ah ja, doch, da war Legends Arceus, stimmt. Und Sleep. Da wurden ein paar von den größten Pokétubern eingeladen, dass sie... Wo habe ich von hier? ...dass sie das Spiel testen. Aber die durften auch dann nichts von dem Spiel erzählen. Also sie durften was erzählen, aber das war alles nur, was man sowieso im Trailer gesehen hat und sowas. Aber es war trotzdem besser als nix. War ganz cool, ja. Aber das waren auch nur die Crème de la Crème. Habe ich nicht. Achso, das war zur Trümmer. Ja, das mit dem Mix-Switch ist halt wieder einfach nur selber schuld, ne? Die verklagen die Leute, die... Also erstens, Mix-Switch ist ein neues Ding, was schon seit einem Jahr oder sowas angekündigt ist und jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen ist. Aber es dauert halt ewig, bis es bei den Leuten ankommt. Viele Leute haben es aber. Mix-Switch besteht aus zwei Teilen. Das eine ist ein Dumper. Das heißt, du schließt es in deine Switch an und kannst deine Originalspiele runterziehen von der Switch. Hast sie dann als ROM. Und das andere ist der Mix-Switch. Und das ist dann eine Switch-Cartridge, die du mit einer SD-Karte versehen kannst. Und damit ist quasi deine Switch gemoddet. Hallo, TZ. Und... Ja. Natürlich. hat Nintendo die Leute, also will jetzt die Leute verklagen, die diese Mix-Switches distributed haben. Also auf ihren Webseiten angeboten haben. Denn dieses Produkt verstößt eindeutig gegen die, naja, EULA und gegen das Copyright von Nintendo. Denn... manche haben nicht nur einfach die Mix-Switch verkauft, sondern die Mix-Switch vollgepackt mit ROMs. Und somit ROMs verkauft. Die Vollidioten. Versauen wieder alles für uns. Sind wieder alles am Versauen, weil sie keine Ahnung haben. Dachte, er würde direkt entwickeln. Berox, ich habe nicht mitgekriegt, dass ich den Finsterstein aufgesammelt habe. Habe ich den aufgesammelt oder was? Ohne der ROM wäre es legal. Hallo, Jesse, 2-1. Äh, die... Nee, aber man glaubt, dass das Nintendo dazu gezwungen hat, die zu verklagen. Auch so ist es schwierig. Weil natürlich das Cartridge-System zum Beispiel... Ich muss jetzt schätzen, ich weiß es nicht. Du kannst ja nicht einfach eine Cartridge herstellen. Da ist ja ein Patent drauf. Wie groß die Cartridge ist, dass sie da reinpasst, was für Daten da drauf sind und so weiter. Und die haben ja eine wirkliche Switch-Cartridge entwickelt, die du in deine Switch reintun kannst und dann ist sie gemoddet. Dass die Switch gemoddet ist, ist nicht illegal. Aber wahrscheinlich haben sie einige Copyright- und EULA-Sachen gebrochen, indem sie halt cartridges verkaufen. Aber die Leute glauben, dass der Anstoß war, weil die halt einfach Spiele da drauf gepackt hatten schon. Das ist halt einfach nur ultra dumm. Und da, wo jetzt ein bisschen Leute, also sagen die es, glaube ich nicht, wo Leute Angst haben müssen, ist, dass Nintendo so wie früher, wenn sie jetzt die ganzen Distributor dran kriegen, die diese Dinge verkauft haben, dann wollen die auch die Daten von denen, die das gekauft haben, um all die Leute auch dran zu kriegen, die das gekauft haben. Das glaube ich aber nicht, dass das passiert. Das sagen die Leute nur, das könnten sie dann tun, weil die ja dann an all die Daten kommen, die die Distributor gesammelt haben, um die Sachen zu verschicken. Ich weiß nicht, wie rechtens das ist, aber ja, wenn du was verkaufst, was du nicht verkaufen darfst, oder keine Ahnung. Aber ich glaube es nicht, warum sollten wir das? Nintendo geht inzwischen immer nur auf die Quelle und nicht auf die Leute, die die Quelle ausnutzen. Was ist deine Lieblings Shiny Hunting Methode? Vor einem Pokémon stehen und A drücken. Wie lange dauert eine Origin Decks durchschnittlich? Wenn du alles hast, kannst du das locker in zwei Minuten durchballern. Das sage ich nur deswegen, weil hier ein Zuschauer von mir das in zwei Monaten gemacht hat, komplett von Gen 1 bis 9 durch. Aber ich sitze da schon seit einem Jahr dran. Aber ich lasse mir auch sehr viel Zeit und ich mache ja Videos drüber und so weiter. aber wenn du nichts anderes machst, hast du das locker in einem Monat, zwei Monaten fertig. Ich meine, du musst die Spiele nur durchspielen und die Pokémon fangen. hat mich interessiert, wie du vorhast, dir die Mythics zu beschaffen. Die Frage wurde schon oft gestellt, ja, aber ich habe keine Antwort darauf, denn es ist unmöglich, sich die Mythicals zu beschaffen. Legitim. Zum Glück habe ich alle schon. Das ist die Antwort. Ich werde sie mir nicht beschaffen, weil ich die alle habe. Wenn man die nicht hat, hat man Pech gehabt. Himmelhieb. Was ist Himmelhieb? Kinhaken, der das Ziel gen Himmel schickt. Wollen wir das anstelle von Karate-Schlag? Wollen wir das anstelle von Kraftschug? Ja. Du kannst, außer du cheatest, die Gen 6 Mythicals nicht bekommen, genauso wie Gen 7, Gen 8 und Gen 9. Du musst cheaten, um die dir zu holen. oder Leute, die sie ganz nett sind, tauschen sie dir. Und das war bei mir der Fall. Ganz nette Leute haben mir die Gen 6 Mythicals getauscht. Nein, noch da. Aber jetzt sind wir hier schon. Jetzt muss ich die ganze Höhle noch durchsuchen. Das Gen 9 sollte noch... Ja, Gen 9 hat bisher nur ein Mythical und das kriegt man ja so lang, also anscheinend unendlich lang bis Switch-Server abgeschaltet werden. Aber zum Beispiel, jetzt sind es keine Mythicals, aber Winde, Wohge und Eisenblatt kriegst du auch nicht. ja. Ist... Also... Gift ist schlecht gegen... Ist egal, ich bin tot. Okay, ich sollte hier langsam abhauen. Ich hab zu wenig Pokémon, die trainiert werden. Himmelheep. Schlägt gerade aus, aber der Schlag geht nach oben. Aber das ist okay. Das mit Winde, Wurgen und Eismat finde ich einfach meh. Ich hätte auch erwartet, dass das ein Event ist, was es halt schmackhaft macht. Und dann, wenn das DLC rauskommt, laufen die ganz normal rum. Das war ja meine Wette. Das habe ich ja ewig verteidigt. Die Theorie. Aber sie behandeln sie echt wie Mythicals einfach. Und es sind halt keine. Es sind nicht mal Leggies. Es ist ein Paradox. Es sind einfach normale Pokémon. Die jetzt einfach... Wie Mythicals einfach ein zeitlich begrenztes Event sind. Mir fehlt einfach nur Sarut-Daddy. Ich finde gut, wie du Sarut-Daddy sagst. Dada-Sarut. Das wird schon noch. Vielleicht findest du jemanden oder irgendwann gibt es wieder ein Dada-Sarut. Ja, okay. Die Höhle ist vielleicht ein bisschen zu hart für mich gerade, wenn ich nur ein Pokémon habe. Vielleicht haben wir noch Glück mit Holzgeweih. Das heilt mich auch. Oh, oh, okay. Ich habe mir auch lange überlegt, dieses Mix-Switch-Ding zu holen. Weil ich hätte schon gerne eine gemoddete Switch. Einfach nur deswegen, weil ich gerne Saves-Back-Uppe. Man ist halt da. Man hat halt da viel mehr Freiheiten, wenn man auch Streamer ist. Dass man sagt, man macht eine Challenge. Dann kann ich halt ein Safe-Back-Uppen. Und kann dann auf dem gleichen Profil einfach ein neues Spiel anfangen, ohne dass mein Spielstand weggeht. Das ist immer nervig, dass man für jede neue Überlegung direkt ein neues Profil anlegen muss. Aber all die Webseiten, die halt den Mix-Switch verkauft haben, sahen halt wirklich einfach dodgy aus. Es war halt einfach wirklich nur so eine schlechte Website, wo du drauf klickst und dann kriegst du halt nichts außer, dass du hoffst, dass es irgendwann ankommt. Deswegen habe ich mir das Ding nie geholt. Und jetzt werden sie verklagt. Und werden verlieren, natürlich. Aber das wurde auch stark angenommen, dass Mix-Switch, dass die das auch einfach produzieren, wissen, dass das nichts wird und halt in kürzester Zeit versuchen, so viel Geld wie möglich zu machen damit. Wobei, die Rede ist ja noch nicht mal davon, die Macher zu verklagen. Das kann sein, dass man nicht weiß, wer die sind. Das weiß ich gerade nicht. Sondern die Leute, die halt die verkauft haben. Die Distributor. Ohne Online-Mitgeschafft konnte man sich aber auch nicht beide holen, oder? Das stimmt. Ja, dafür bräuchte ich also ab, aber du kannst noch mal das andere Spiel kaufen. Aber ja. Okay, entwickeln, entwickeln. Wo ist er? Finsterstein. Durengard. Wunderschön. Die längste Entwicklungsanimation in der Geschichte von Pokémon. Schön. 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 Lass mal die Stats von dem anschauen, weil es ist ja schon eine Maschine. Es ist schon ein krasses Viech. Allgemein können wir mal die Stats anschauen. Kajutsu 156 Angriff und 200 Special Angriff. Okay, 200 Special Angriff. Ja, Amagarga. Jetzt nicht der Brenner. Aber hier. Durengard. Verteidigung fast 200. Spezialverteidigung fast 200. Angriff aber nur 100. Achso, aber wie war das, wenn ich die Fähigkeit, der Taktik wechsel, setzt sich automatisch ein, wenn ich angreife und dann wird aus dem Angriff, glaube ich, plus 100 oder Verteidigung und Angriff tauschen. Ich hatte es letztens nachgelesen. Auf jeden Fall. Immer wenn es angreift wird, ist es um einige stärker. Chevrum ist nur unser VM-Typi. Fiaro ist noch nicht so ein hohes Level. Ist aber auch, wobei, Level 54. Man hat einen Angriff von 117 bloß. Okay. Andagro 163 Angriff. Ich habe hauptsächlich nur Angreifer. Außer Kajutsu. Das ist ein Spezialangreifer. Felinara. Müssen wir jetzt noch wieder austauschen. Keine Ahnung, hast du kämpfen? Ja. Ich doch auch. Können wir mal gucken, was wir für TMs haben. Donnerblitz. Aber gar, gar kein Donnerblitz. Hm. Hast du eine Überlegung wert? Durchbruch. Durchbruch. Felsgrab. Akrobatik. Haben wir schon. Dunkelklaue. Ja, das ist eigentlich das, was ich meinem Durengard beibringen muss. Dunkelklaue. Das können wir jetzt schon machen. Dunkelklaue anstatt dieser komischen Geistattacke, die ich jetzt kann. Schattenstoß. Schattenstoß ist, wird mir wieder nicht angezeigt, was Schattenstoß ist. Ah doch, Stärke 40 eben. Dunkelklaue. Blitz. Ich hab sogar zweimal Dunkelklaue. Ach so, die TMs funktionieren hier auch immer noch so wie in Gen 5. Das heißt, man kann sie unendlich oft einsetzen. Ach Gott, so ein. Ein Segen. Gyroball ist Gyroball Gyroball ist Angriff, ist physisch, aber ist das besser als Eisen? Wer ist das? Eisenkopf? Eisenschädel? Eisenschädel 80, 100 Gyroball Ach ja, Gyroball war umso langsamer ich bin. Meine Initiative ist 98. Also ich bin nicht das schnellste Tier. Aber ich weiß nicht, wie sich das rechnet. Mit einer 98er-Initiative ist das stärker als 80. Dann wäre natürlich Gyroball geiler. Aber ich kann es auch nur 5 mal einsetzen. Ja, wir bleiben. Und es schreckt zurück bei Eisenschädel. Ist schon nicht schlecht. Plage Strauchler Was war? Gras lässt das Ziel straucheln. Je schwerer das Ziel. Ah ja. Geil, dass es einfach Quajutsu lernen kann. Strauchler. Kehrtwende Zertrümmerer Steigerungshieb Steigerungshieb wäre eine Überlegung für Pandagro. Durch wiederholtes Zuschlagen werden die Fäuste des Anwälters allmählich härter. Trifft er den Gegner und steigt seinen Angriffswert. Es ist halt nur eine Stärke von 40, aber Zauberschein. Lernt Felinara noch Zauberschein? Weil Felinara braucht auf jeden Fall Zauberschein. Aber das lernt es doch. Das muss das doch lernen. Felinara Gen 6 lernt Mondgewalt. Nicht Zauberschein. Okay. Mondgewalt ist 95. Zauberschein ist 80. Wann lernt es Mondgewalt? 37? Was? Ich bin 41. Warum kann ich keine Mondgewalt? Hilfe. Was? Jaja, ich hab das alles in der Arena gekriegt. Warum kann ich keinen Mondgewalt? Ich glaube, weil sich mein... Ja, weil es sich danach entwickelt hat. Verdammt. Zauberschein ist schlechter als Mondgewalt. Weiß... Ähm... Er feuert einen mächtigen Lichtschlitz ab, der den T-Shirt anzufügt. Dankeschön. Ist halt physisch. Aber es ist ja auch ein physisches Mon. Äh... Spezial. Mondgewalt wär halt geiler. Ach, das hab ich anscheinend verpasst. Aber wahrscheinlich kann der Attackenlerner das... Aber ich muss jetzt auch nicht so krass machen, weil im Endeffekt ist das das einfachste Spiel ever. Mandagro kann auch Surfer. Surfer ist allgemein einfach ne geile Attacke, ey. Okay, warte. Ich mach noch Donnerblitz. Weil Donnerblitz ist auch immer geil. Auf. Oh my god, go. Eisstrahl, Bodycheck, Antikkraft, Aurorastrahl. Zauberschein trifft alle Ziele. Oh, das ist... Angenehm. Bringt mir jetzt nix bei den Top 4, glaub ich. Aber... Auf dem Weg dahin. Ist doch egal, wenn sie unendlich sind. Ja, das stimmt, das stimmt. So. Weiß ich wo lang. Ich glaub einfach... Zur nächsten Stadt. Nach Süden. Da die letzte Arena machen. First try natürlich. Wie hat die die ganze Zeit an mir vorbeigeguckt? Hallo? Ich hab Hexe Rosette gelesen. Es tut mir leid, Rosette. Aber... Deine Eltern... ...wollten dir einen Gemeinnahmen in die Wiege legen. Rosette. Probier mal einen Nachthieb. Nee. Weil ist... Wie rum? Doch unlicht ist gut gegen Geist. Oder andersrum. Na doch. Doch, 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 doch. Jetzt haben wir ein gutes Quajutsu, ey. Oh, das ist aber... Hat die alle Größen? Nee, nur zwei. Das heißt, wenn wir das heute jetzt durchspielen, was, glaub ich, machbar ist in den nächsten zwei Stunden, dann können wir morgen alle Pokémon fangen gehen. Ich weiß nicht, ob ich alle schaffe. Weil sowas wie Irbis und Floett und so und Leufeo kann halt ein bisschen dauern. Item, 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 Item. Nein. Wie krieg ich dieses? Achso, dann muss ich über die Dinger springen. Okay. Musst du den Sigard-Hund dann in Sonne-Mond fangen oder kann man in Gen 6 schon die Form ändern? Nee. Du kannst hier die Form nicht ändern. Du kannst einfach nur das Sigard fangen. Aber da ich sowieso X und Y spielen muss für die... für die Exclusives, werde ich mir zwei Sigards holen. Und das eine Sigard mache ich dann in Gen 7 zu einem Hund. Und dann in Gen 7 selber muss ich mir noch mal zwei Sigards holen, was ja auch kein Problem ist, weil ich ja auch da Sonne und Mond spielen muss. Und muss da auch eins zu einem Hund machen, aber da haben die halt die Spezialfähigkeit. Fee ist gut gegen Unlicht, ne? Wenn ich jetzt Unlicht mache, ist Quatsch. Ich will es nur mal wissen. Ja, ja, ja. Fee ist gut gegen Unlicht. Gut gegen Böse. Oh, ein Parphi. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns sehen. Parphiness. Ah, ne? Sagt man Parphinesse oder Parphiness? Man sagt Morbites. Parphiness. Sabayon. Ich würde sagen, da wir hier in Frankreich sind, Stößer Parphiness. Item, Item, Item. So? Okay, krasses Riesel. Achso, also brauche ich gar nicht viermal den Bumf spielen, weil Super Effective hat halt vier Sigat. Naja, wie ich gesagt habe gerade, fange ich zwei in X und Y und dann fange ich zwei in Ultrasonne und Ultramond. Also sind es vier. Oh, ne, eh am Ende. Okay. Parphiness. Venomflibis. Venomflibis. Es ist aber komplett dir überlassen, ob du vier Sigat willst oder nur zwei. Ich verstehe beides. Wenn du nur zwei willst, finde ich es aber logischer, wenn du die zwei mit Aura, äh, mit Scharschwarm holst, weil die haben das Potenzial, zum Megatron zu werden. Die anderen beiden können die Form von Megatron gar nicht bekommen. Also wenn man sich zwei holt, dann müssen die sich auch zu Megatron entwickeln können. Aber ich bin penibel. Ja, dann hole ich sie mir auch in Usum. Ich dachte halt, dass ich die am besten alle vier in Carlos hole. Ich weiß nicht, wo es einfacher ist. Ich dachte, das wäre Obelisk der Peiniger. Ich finde, es sieht eher aus wie Captain America meets Sigat meets Megatron meets Autobot. Kann man eigentlich Sigat auf der Switch zu der Hunde vormachen? Ich dachte, das geht in Schwert und Schild in dem Wüstendorf. Ich glaube, ich habe das da gemacht. Ich glaube auch, dass es geht. Knudler, nein! Tatsächlich hat man Quajutsu so eine ziemliche Feenschwäche, also nicht ziemlich, aber es hat eine Feenschwäche. Das ist in Usum gemacht bisher. Ich glaube, ich habe das im Nachhinein in Schwert und Schild damals gemacht. Ich glaube, das war da steht irgendwo eine Maschine. Ich glaube, das war in dieser Wüstenstadt, wo man auch diese tägliche diesen täglichen Shop hat mit Items. Was bist du? Nur Drache, ne? Okay. Nur Drache und ich mache Wasser. Du willst die Garde in den Urgel Maat stopfen? Nee, nee, nee. Come on! Na! Vielleicht die übertriebene Übertacke? Dann mach mal Zauber Schein für die Nare. Für das letzte KP. Was ist die letzte Arena hier wohl? Doch nicht etwa Drache? Nee, Drache müssen die aufbewahren für die Top 4. Elektro hatten wir glaube ich noch nicht. Doch, wir hatten Elektro. Gott, ich habe schon total vergessen, was für Pokémon hier waren. Für Nexus, was ist das für ein krasser Trainer, ey? Genau, das ist die nächste Diskussion, Megumina. Willst du, dass alle vier aus Carlos kommen, weil Sie gar das erste Mal in Carlos vorkam? oder willst du, dass zwei Carlos und zwei aus ähm wie ist das Dreck? Hawaii. Aus Hawaii kommen. Alola kommen. Das geht, das behält die Carlos Region, selbstverständlich. Du kannst nie eine Region ändern. Da, wo du es gefangen hast, da ist die Region her. Aber meine Logik ist halt, dass, wenn du schon vier Sigat willst, dann willst du das ja, weil es verschiedene sind. Und wenn es verschiedene sind, dann ist halt die Herkunft von dem normalen Sigat Carlos und die Herkunft von dem speziellen Sigat ist halt Alola. Also warum willst du, dass alle aus Carlos kommen? Wenn du anerkennst, dass es zwei verschiedene Sigat sind, wegen der Spezialfähigkeit, warum sagst du dann, die sind gleich, also müssen sie aus Carlos? Aber das ist eben das, was jeder für sich selbst entscheiden muss, ob man vier will und wenn man vier will, ob sie alle aus Carlos kommen oder ob sie getrennt sind, Carlos und Alola. Ich mach's getrennt, weil das erste Mal, dass es die Spezialfähigkeit gab, war in Alola. Achso, ich hab grad gegen sie gekämpft, deswegen war das so schwer. Moment, stopp. Ist das das zweite Mal, dass wir gegen den kämpfen? Du kannst doch mit dem Würfel die Fähigkeit ändern. Äh, genau. Aber die Hund und zu Schlange ist nicht mit dem Würfel, oder? Halt, Donnerblitz, 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 Antikkraft wahrscheinlich besser. Bei Donnerblitz ist es spezial. Ich weiß gar nicht, was Amagaga ist. Aber die Formen waren doch das erste Mal in Gen 7. Die Hundeform war das erste Mal in Gen 7. Das heißt, wir sagen, nur ein Sigat darf aus Carlos kommen und das andere Sigat soll aus Alola kommen und das wird zum Hund gemacht. kann man natürlich auch vertreten. Rückenbind das macht nur schneller, also alle. 10% Formen mit Aura Umkehr gibt es nur in Gen 7, weil man nur das Sigat mit Scharbeine beliebig zwischen 10 und 50% wechseln kann. Moment, jetzt bin ich wieder verwirrt. Man kann nur das Sigat mit Scharwandel beliebig zwischen 10% und 50% wechseln. Wie bekommt man denn dann überhaupt den Hund, wenn man das nicht wechseln kann? Muss man den Hund fangen, um den Hund zu haben? Wenn du sagst, man kann das gar nicht wechseln? Geschenkt von Dexio. Das heißt, wir kriegen hier in Carlos kriegen wir einen Sigat in Schlangenform, 50% Form. In Alola kriegen wir eins mit 10% Form, aber auch mit Aura Umkehr. Und dann könnten wir diesen Hund mit dem Würfel ändern zu Scharwandel. Wenn man die Zellen gesammelt hat, das ist klar. In Osum kriegst du beide Formen. In Osum kriege ich den Hund und die Schlangenform. Aber beide mit Aura Umkehr oder beide mit Scharwandel oder getrennt. Surfen, das kannst du doch so gut. Also geil, wenn es einfach ausweichen würde und die Animation wäre dann wie so vor der Welle wegläuft, hochspringt und dann drauf surft. sowas brauchen wir in Gen 20. Oh, ein eine Fee. Bekommt wir die Form auch in Shiny irgendwie? Shiny ist egal, bekommst du nur in Schwert und Schild in den Düner Abenteuern und da kannst du die so oft fangen wie du willst also das heißt so oft fangen wie du willst aber pro Spielstand kannst du dann ein Shiny kriegen und dann halt wenn du es findest und dann kannst du dir vier fangen und die kannst du dann verändern wie du willst man bekommt beide Formen mit Aura Umkehr und muss und wenn man die Zellen gesammelt hat mit Ren Karnato einen Sigat mit Scharbandel erschaffen genau das heißt ich finde es aber so asymmetrisch dann das heißt das logischste wäre ein Sigat mit Aura Umkehr in Kalos zu fangen was man ja hier bekommt und dann zu Usum zu wechseln und in Usum bekomme ich einen Hund mit Aura Umkehr Check dann kriege ich einen 50% mit Aura Umkehr hol mir das zweimal und wandel zweimal also in Ultrasonne und in Ultramond das zweimal und hab dann mit dem Würfel alle Zellen sammeln das mache ich dann zu Scharbandel das heißt man kriegt echt Hund Schlange Hund Schlange wenn man Usum spielt ich dachte man kriegt nur eins das heißt jeweils eins spielen reicht ja um vier Stück zu kriegen nur dass ich dann eins ersetze mit dem aus Gen 6 weil es da das erste Mal vorkam aber die anderen drei kommen das erste Mal genau genommen in Carlos vor eins geschenkt und eins selber fangen genau das hatte ich dachte ich ganz früher dachte ich ja man also was heißt ganz früher vor einer Woche dachte ich ja dass man den Hund hier schon machen kann aber wenn man den Hund wirklich das erste Mal in Usum machen konnte dann muss die Herkunft Region ja weil ich habe ja die gleiche logik Felinara kommt nicht aus und es ist wirklich eigentlich die gleiche es ist exakt die gleiche Argumentation Felinara kommt aus Carlos und man kann auch sagen man fängt sich ein Evoli in Kanto und entwickelt das in Carlos dann hat man ein Felinara aus Kanto aber ich mache das ja nicht weil ich sage Felinara kommt das erste Mal in Carlos vor also muss ich auch sagen 10% Sigat kommt das erste Mal in Alola vor also fange ich das in Alola und hiermit ist es beschlossen wenn das alles stimmt was ihr gesagt habt 50% in Carlos die anderen drei in Alola war ich nicht hier schon okay wir haben glaube ich eine Eis Arena was haben wir gegen Eis Feuer und Kampf wir machen lieber Fiaro ich glaube es ist noch im schwächsten mach halt Lore technisch null Sinn wieso macht es Lore technisch keinen Sinn Irrebald wo ist der Irrebald oben oder links links das mit Evoli ist so schlüssig da adaptiere ich das auch auf Sigat so ja oder ich meine man muss ja nicht man muss das ja einfach nur machen wie man selber Bock hat ich finde auch dass das am logischsten ist lore technisch ist sowieso alles aus dem fenster geschmissen weil dann brauchen wir ein wenn wir den anime mit dazu zählen dann brauchen wir ein ho aus kanto das das wird schwer weil Sigat nicht zur geschichte Alulas gehört ja deswegen haben wir auch ein Sigat aus Carlos da wo es herkommt aber die anderen Sigat Formen die Technologie dafür kommt halt aus Alola Irrwald verirrt man sich hier ist das ein Evoli Entwicklungsstein tatsächlich okay keine Ahnung wo lang wir laufen einfach ich erinnere mich hier dran mal kämpfen wir brauchen die XP so bestimmt in Legends Saar aufgelöst warum das Sinn macht ja dann gibt's da eine neue Sigat Form die aus Krieg die Kalos Region eigentlich auch einen neuen Namen wahrscheinlich nicht sonst wüssten wir den schon Eis war gut gegen Fähne Gift und Eis nee Stahl und Eis verdammt Stahl und Gift Fiaro du bist doch so stark warum bist du so kacke und auch dr aus qui publishing rob 斯 cave kong stahl die beiden hässlichen die hässlichen ich meine die Kinder, nicht die Pokémon Gottes Willen schauen wir weiter da ist eine TM ich hab seit, ich glaub drei Streams kein neues Pokémon mehr gefangen aber ich sollte Durangard abklicken aber wir brauchen jetzt wieder ein normales Grammokles unser erster Spirit heute Lucy du bist ein Porygon das Gude wobei das Gude ist Porygon 2 würde ich sagen du bist das Normale Normiron also du kannst auch einfach dein zweites Seagat aus X auf Schwert und Schild übertragen um den Hund durch den Seagatwürfel zu bekommen dann hättest du im Endeffekt zwei aus Carlos und zwei aus Alola mit dem Schabelfähigkeit ich weiß das das finde ich schöner das geht alles du kannst auch vier Stück aus Carlos haben mit Scharwandler das geht alles aber mir geht's um Logik die große Regel ist ich fange Pokémon dort wo sie das erste Mal vorkamen wenn die Hundeform das erste Mal vorkommt in Alola dann muss das von da alle Carlos Pokémon sind mystisch denn kaum einer hat sich schon gesehen in Carlos wo sind die Psycho Plus Status Veränderung des Ziels das ist Psycho Plus dachte man das ist was anderes kann man die Necrozma Fusion in Home sehen nope kein Necrozma kein Kyurem kein keine Proto hier mit Graudon und so ist ja auch Proto und so kann man auch nicht sehen alles was mit einem Item zu tun hat und Necrozma ist auch nicht der DNA-Kyle sondern kein Koronospa das auf einem Pferd reitet ja traurig hier ist ein Weg der folgenden Weg ach der ist es Quaffaff gib sie mir alle nein wir sind hier im Pokémon-Dorf er sieht ein bisschen dem Norbert ähnlich irgendwie und dem aus Gen 5 dem Drachentypen und dem Koch Wasser Arena in Gen 9 blau-weiß heißt Eis-Wasser Arena ok was haben wir jetzt cooles hier Quaffaffs ich meine ich brauche noch ein paar Quaffaffs geh doch weg geh doch weg 50 ok ich glaube wir gehen wieder hier gibt es einen Gen 1 Leggy Mewtwo oh ok ich meine es hier tauchen die äh Roma auf wenn wir fertig sind du hast hier mal ein Random Shiny Ditto bekommen nicht schlecht hier kann man glaube ich gut trainieren mit Level 50 wilden Pokémon Hallo MLG-Long Lackst du es für dich auch ein Leggy? ja ich hoffe Fiaro lernt noch ein paar bessere Attacken wobei Akrobatik und Nitro-Ladung sind ja ok aber so ein Sturzflug oder so ein was ist das andere Feuerattacke Feuerangriffattacke kann mal Hypnomorber sich verschmieseln oh Wuff okay sind heute schon Weihnachten denkst du an Flammenblitz? ja ich denke an Flammenblitz Fiaro muss doch Flammenblitz lernen oder? oder ist das so eine Logog-Attacke? kann ich von da fliegen bevor ich jetzt wieder durch den Wald gehe? hast du Shiny Dioxys in einem Stream bekommen? nö geht nicht oder? doch unfassbar ich darf in einer Lichtung fliegen ich find's komisch dass wir eine Animation haben wie man wegfliegt und landet und dann Black Screen normalerweise ist ja du fliegst weg Black Screen du landest und bist da das ist jedes Mal irgendwie komisch mach schon Beschwerden wie viele Resets hast du gebraucht? für das siehst du wenn du so wie im Titel es steht wenn du ausrufezeichen Twitter machst mein vorvorletzter Post zeigt ganz genau welches Dioxys ich bei welchem bei welchem Reset bekommen habe ich hab hier vier Stück das erste war 9876 dann 4 319 dann 28 420 und dann 320 oder 360 so Fiaro your time to shine der schwebt warum schwebt der? blau oder magenta x oder y was ist eigentlich das gen 7, 8 und 9 shiny also gen 6 ist quaffaff weil es gibt ja jetzt ab gen 6 keine Legis mehr wirklich zu shiny handen gen 6 ist quaffaff weil ich das einfach mag gen 7 ist Capikachu gen 8 ist Regidrago und gen 9 ist das 3er Famips und ich hab vor immer wenn ich jetzt ein shiny hunte hunte ich gleichzeitig shiny 3er Famips also ich hab schon ein overlay gemacht für Geratina und Famips und dann kommt nach Geratina kommt Curem und Famips weil Famips wird einfach also kann unfassbar lange dauern aber es könnte auch beim nächsten kommen natürlich yo 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 bist du nicht nur Eis du bist Wasser Eis bist du nur Wasser Ausdauers ich glaub Ausdauers ist nur Wasser das ist ein bisschen also oh beim Meips wird ein Schmerz im Hintern ich mein wir sind bei 50 shiny Sweeps dummi Miesel hab ich bei 29 bekommen das kann jedes shiny Sweeps was ich finde kann das shiny Sweeps sein du Drecks Austaus ist tatsächlich einfach nur Wasser ey das gehört doch verboten wird es überhaupt einen Gen 98 und 9 Stream geben für Origin Decks 8 schon 9 nicht weil 9 hab ich schon alle ich komm da gar nicht drauf ist ja wie ein Puzzle hier oh ich verstehe okay ich verstehe nicht willst du erstmal nur einen Quaff auf shiny handen oder direkt ein paar mehr falls man die Form äh ändern kann ich will erstmal nur eins weil wenn man wenn es die Form gibt in ZA was es höchstwahrscheinlich geben wird dann wird man sie da auch shiny handen können schätze ich und deswegen ich will nur ein Quaff auf aus X weil es halt cool ist full odds 1 zu 8000 aber ich hab kein Problem damit die anderen 7 Stück oder 6 Stück dann mir einfach zu holen in SA außer es ist Wassereis ja vielleicht ist auch alle shiny locked in ZA und wir haben gar keine shinies so warum ist jetzt Feuer so schlecht weil der auch Gestein ist Feuer ist doch nicht schlecht gegen Gestein würde gerne so gerne würde gerade gerne so gerne würde gerade gerne so gerne auch die 6e Gen spielen bin aber in Schweden Mensch dabei ist die 6e Gen doch ein ein Gameboy Spiel hättest du doch dein DS mitgenommen oder ist Eisboden okay das erklärt es dann stimmt es ist Boden Quickel ist nur Eis Karataschlag Dürfen auf Pfadfinderlager nicht unsere Konsolen mitnehmen wer soll das denn rausfinden Troublemaker hier einfach dein DS mitnehmen und nachts unter der Decke Dino du bist ein shiny Navi Taub was sagen wir dazu das ist doch alles falsch hier was soll ich verstehe ich verstehe ich verstehe oh mein Gott aber dann komme ich da nicht weiter weil da dann kack Ding ist Mann hä hä aber wenn ich da weiter komme dann komme ich nicht weiter weil da eine Lücke ist Mann hä oh die Mitte ach in der Mitte Mann ich muss in der Mitte sein Mann okay 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 also so Dusselgur findest du nicht kreativ genug das traust du dich aber nicht Dusselgur ins Gesicht zu sagen hoffentlich die arme Dusselgur okay ich habe verstanden ich werde dich nicht verraten gegenüber Dusselgur fangen wir lieber ganz bei der Wurzel an warum heißt Taubsi nicht Dusselgur Moment macht keinen Sinn warum heißt Taubsi Taubsi und Dusselgur nicht Taubsi jetzt verwirre mich doch nicht Taubsi wäre Spazi genau Spiespa Spazi was passiert denn bei Donnerblitz hier Genesung genau so Rätsel braucht man mal wieder in den neueren Spielen es gibt schon Rätsel in Gen 9 aber die sind halt echt alle ein Witz gewesen da stehe ich Eis Pokémon sollten nicht einfrieren können können Eis Pokémon einfrieren sie sollten es nicht können warum sollte etwas wobei jeder kann in einem Eisblock gefangen sein oh mein Gott nervst du ich hole jetzt meinen Pandagro hau dir gegen die Eisstirn nur mit Triplette ach da machen sie einen Unterschied lieber das Taubsi auf dem Dach als das Spazi in der Hand natürlich ist das anstrengend das Frigometri wehe ok boom Gott sei Dank Rosanna Mensch lange nicht mehr gesehen Rosanna aber du bist auch Psycho oder du knirsch dich lieber au 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 ich ramm dich mit meinen Zähnen flirten dude fast guy hallo fast guy ist doch glaube ich auch am Elden Ring spielen wie lang kann man dieses DLC denn spielen Rosa und ich spielen immer noch Diablo 4 einfach wir haben letztens sind wir viel weit gekommen ich glaube wir haben es bald durch und jetzt ist ja auch dieses Diablo 4 DLC rausgekommen was auch einfach 30 Euro kostet das muss schon fett sein dann warum knirsche ich eigentlich wenn ich ihn schlagen sollte sehr viel ich saß 7 Stunden am Endboss das ist lang mit besonderen Regeln sehr lange was hast du denn für besondere Regeln da rad Qua Dankeschön für drei Monate Dankeschön ich muss hier dann rüber auf gelb so genau die EC war wirklich hart die EC kommt erst noch von Diablo 4 ja das weiß was ich glaube Anfang Oktober also es dauert sogar noch aber es sieht nicht schlecht aus so rein optisch wenn ihr zusammen Berlus Gate 3 anfangt wird das euer letztes Spiel sein was ihr zusammen spielt das dauert ja so schon ewig ja ich weiß auch nicht ob wir das ja eigentlich ich will das schon mal spielen ich kann mir vorstellen dass ich Entscheidungen treffe die Rosa dann wütend macht so wie zum Beispiel das Eichhörnchen treten oder so was aber oder dass sie dann immer sagt können wir nicht zurück gehen ich würde gern wissen was passiert wäre wenn wir das andere gemacht hätten naja geht nicht Das machen wir nicht so das machen wir nicht so ich habe auch ich will ja eigentlich nur Sachen auf der Playstation spielen aber ich habe das Gefühl ich habe Angst dass Baldur's Gate 3 auf der Playstation nicht so geil ist weil die Steuerung vielleicht kacke ist aber vielleicht ist sie ja voll geil ich glaube hier hat mal jemand gesagt dass die Steuerung für Playstation tatsächlich ziemlich gut gemacht ist faulgott Dankeschön für 8 Monate danke dass du es mich wissen lässt Dankeschön so jetzt muss ich komplett zurück gehen um mich zu heilen und dann muss ich nochmal alle wahrscheinlich machen weil sich dieses Spiel die äh äh nicht merkt was ich bereits gelöst habe aber vielleicht auch schon wie machst du das mit den Quaffaff zählt eines für alle nein ich fange ganz viele Quaffaff und hoffe dass ich die Form ändern kann wenn Legends Zaha rauskommt die Alternative wäre mit Pokémon Go die Welt zu bereisen ich habe schon einige aber mir fehlt Amerika und Ägypten die anderen habe ich glaube ich alle aber das sehe ich nicht ein für ein Quaffaff mit einem hässlichen G Symbol die Welt zu bereisen extra das wäre vielleicht ein cooles Video ich bin wegen Quaffaff nach Ägypten geflogen aber ne danke eine bekommst du noch einen Valentinstag die habe ich schon ganz oft die Valentinstag ist nicht schwer da musst du noch einen Valentinstag spielen Urlaub sie Dankeschön Dankeschön oh das hat sich nichts das ist natürlich nichts geblieben Moment das war Quatsch äh verdammt nächste Urlaub in Ägypten wir machen wahrscheinlich nächste Urlaub in Ägypten ja aber das ist nächstes Jahr da kommt eher Legends Zahr raus ne 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 warte schau mal vor du stehst da hinten als dieser Arenaleiter und guckst einem kleinen Kind dabei zu wie er deine Arena einfach komplett dreht die ganze Zeit das muss so ein lustiger Anblick sein vor allem wer baut sowas Pokémon alles auf dem Rücken der Pokémon gebaut äh das war gleich Quatsch ah wobei das ist da wahrscheinlich oh shit what ne ich bin dafür dass Leosin Pogo fangen muss hey macht ja gar keinen Sinn jetzt ist ja alles hier offen warum sollte ich das dann machen wahrscheinlich weil jetzt wenn ich es so mache kann ich unten lang genau wo ist zu dem einen hallo Jay so der ist jetzt schon geschwächt weil er sich zu Tode gelacht hat hier habe ich vier auch an erster Stelle ja Minitro laden einfach durch und das wird sicher funktionieren weil er hat sicher kein Austausch oder irgendwas was nicht nur Eis ist er sieht ein bisschen aus wie naja einer der es sehr locker nimmt Arenaleiter zu sein aber er sieht gleichzeitig auch aus wie jeder andere Eis Arenaleiter Nobbet ok Rexbizar sollte sowas von brennend jetzt sich in Asche auflösen Asche in Wasser getränkt was na hä wie du musst irgendwas haben dieser Balken kann ich so schnell runter gehen und dann einfach stehen bleiben was hä warum sollte der das überlebt haben das ist doch das ist doch wieder so Freundschaftskacke man ich entscheide dass die Arenalatte keine Megas benutzen stimmt eigentlich wir haben bisher zwei Megas gesehen die waren komplett story bedingt Lucario und Garados das war es alter Rexbizar ist wirklich äh das sollte nichts das sollte es nicht überleben dieser Attacke hä das ist doch krass oder ich kill mich selber wie viele Hypertränke willst du noch einsetzen danke meinst du locker von wegen da kommen zwischendurch die leichten Mädels ja 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 hallo Daniela Fjaro hat echt ein Angriffsissue ich dachte es wäre stärker komm du jetzt aber easy das Gen 6 Video wird so kurz ja 10 Minuten und dann bin ich durch die Welt und habe jeden Arenaleiter First Tribe siegt und dann habe ich äh das Spiel durchgespielt und dann oh oh was ist der Boden Stein wahrscheinlich Stein und dann habe ich jedes Pokémon eingesammelt und dann suchte ich 8 Stunden lang nach einem männlichen Leufeo nein ist Y auch streamen ich weiß nicht ist halt exakt das gleiche nochmal ist da irgendwas anders nee oder ja Rehen sind die gleichen es ist exakt das außer außer natürlich am Ende wenn ich die Weltall fange ich glaube dann steht da kein Baum in der Mitte keine Ahnung was da in der Mitte ist ich habe es nie gemacht so ein Vogelkäfig ist Fjaro nicht physisch doch Fjaro sollte physisch sein deswegen Flammenwurf macht keinen Sinn ihm beizubringen wenn dann äh Blitz Flammenblitz das war voll schwer ich meine er hat meinen Vogel umgebracht du weißt schon der Hit eben mein Team ist der Hit yay war das Ding mit Wasser gefüllt? Eisstrahl ja die TM hatte ich ah ne ne mein mein Amagarga hat Eisstrahl von alleine gelernt Eisstrahl so eine langweilige also für eine Arena Leiter TM Eisstrahl bisschen lame oder? bui ja manchmal ist dieses 3D schon echt ganz cool was wir hier gemacht haben ich würde mit dem Orden die ganze Zeit herumspielen ja wie sieht der aus? er ist hinterher gerutscht ich glaube ich muss einfach weiter nach Westen gehen und dann komme ich zur Siegestraße da ist Waze drin aber dabei bist du doch das ist eigentlich ganz cool wieder so Wasser aber du bist doch Eis man warum ist da Waze drin? da war mal Eis drin ich bin so hot haben die anderen auch so 3D Effekte? nicht wirklich das ist cool gemacht doch kein Sinn dann gehen wir zur Siegestraße hat jemand ein Wende? ich meine vielleicht bin ich noch nicht mal genug gelevelt für die Top 4 ich glaube schon vor allem wenn ich ein bisschen nachdenke ein paar Tränke mitnehme für zwischendrin wir nehmen keine Tränke während dem Kampf aber zwischendrin schon nicht genug gelevelt quatschen zu Level 72 ja vielleicht ist ja ist ja die Top 4 Level 80 ne weil wir haben Kaskade gekriegt kann ich überhaupt Kaskade einsetzen ich brauche bestimmt so sau viel Zeug jetzt in der Siegestraße ich sollte mein Mejikel mitnehmen aber dann levelt mein Felinara ja nie okay okay Fiaro was bist du für ein kleiner Loser jetzt? beste Trainer ever Pokémon einsetzen sich beschweren wenn es Schaden nimmt wegen einer krassen Schwäche und dem Pokémon die Schuld geben einfach nicht wechseln sondern weiter darauf bestehende Feuertacke zu machen weil man hofft dass der Käfer verbrennt neben dem ganzen Gestein funktioniert aber nicht und dann sagen Fiaro du bist so ein Loser was soll das Fiaro? das hat halt null Chance gehabt ich bin Paul aus dem Diamond and Pearl die Anime ja ja der Paul der der gedünstet der Paul Nitro Ladung verbrennt nicht ich rede nicht von verbrennen ich rede von Real Life verbrennen wenn ich eine Feuertacke mache dann hoffentlich verbrennt der Gegner ich rede nicht von dem Status verbrennen nein nee unwohl ok ich nehme glaube ich lieber VMs mit mal gucken ob Mehikel Chevrum Kaskade lernen kann ich meine es kann surfen Kaskade ist nochmal was anderes ich will nicht unbedingt einem anderen Pokémon Kaskade beibringen müssen aber wahrscheinlich ich glaube nicht warum sollte es Kaskade können für Kaskade musst du Wasser speien können ich werde nie den richtigen Knopf drücken ja nicht Kampfbox gibt es nicht Box hier sieben Box nämlich bis jetzt wer muss denn am wenigsten leveln Quajutsu muss eigentlich am wenigsten leveln das heißt aber ohne Quajutsu weiß ich nicht ob ich durch die Siegelstraße komme ich mache mal Quajutsu weg aber das kann Surfer ich muss ich will nicht Chevrum halt auch ich kann Chevrum auch Surfer beibringen hallo Palki so wer kann Kaskade keiner war klar vielleicht brauche ich gar keine will mir das jemand sagen brauche ich auf der Siegelstraße Kaskade ich meine ich habe es gerade bekommen es würde Sinn machen dass ich Kaskade jetzt brauche was hätte ich denn vielleicht finde ich ein Pokémon was Surfer Kaskade Stärke werde ich doch sicher brauchen und Zertrümmerer ich brauche ein Pokémon das Surfer Kaskade und Zertrümmerer kann sieht schlecht aus ich habe kein einziges Wasser Pokémon was Relaxo kann glaube ich auch Surfer aber Safe nicht Kaskade was denn das für ein Dreck der beste VM Sklave in Gen 6 soll ja wie soll es nochmal sein wie ich schon mal wer als Kaskade lernen kann Grabbit glaubst du Grabbit kann Kaskade ich guck mal gerade oder was Kaskade alles kann Gen 6 ist irgendwo hier Reislaus Knirrfisch wobei das Gen 7 äh Scampisto Algit Quajuzzo fertig nur ich meine ich ich könnte Quajuzzo Kaskade beibringen und Surfer Mihikel beibringen und dann später einfach Kaskade wieder von Surfer überschreiben lassen damit Quajuzzo wieder Surfer kann ansonsten davor habe ich irgendwas in der Box Boilin Boilin Bummelin natürlich und so aber die habe ich jetzt alle noch nicht hier müsste ich mir entfangen Grabbit könnte sein dass der der Verheimssklave ist ja aber er kann er kann wahrscheinlich Surfer aber dann kann ich auch weiter mein Schiff rum benutzen weiter schauen wir mal was Grabbit kann alles wenn der Digaspi Grabbit Stärke Zerschneider Surfer Zertrümmerer ja das sind auf jeden Fall die vier auf jeden Fall besser als Mihikel weil es Zerschneider auch kann und dann bringe ich einfach Kaskade Quajutsu bei und überspeichere also überschreibe Kaskade später wieder mit Surfer so machen wir das falsche Tasse gedrückt aber dann muss ich wirklich mein Quajutsu im Team haben ich muss Select drücken man Select ist hier was tue ich dann weg Filinara ist bis jetzt am schwächsten aber ich glaube Filinara bin ich glücklich drum aber ich habe halt auch Amagaga für Eis gegen Drachen ich mache lieber die anderen noch stärker als Filinara was ich vielleicht gar nicht brauche machen wir es mal so du sitzt schon seit einem jahren an deinem Origin Decks Bruder gönn dir mal Pause glaubst du ich sitze da 24 Stunden am Tag dran ich kenne Leute die haben den Origin Decks in 1 bis 2 Monaten gemacht ich lasse mir doch Zeit Kaskade ich brauche doch nur lang weil ich es eben nicht jeden Tag mache diese Attacke ist sehr wichtig sie kann jetzt nicht vergessen werden in jedem Pokémon Center sollte ich VMs verlernen können das ist so ein Quatsch warum sollte ich in einem Pokémon Center nicht VMs verlernen können muss ich jetzt ernsthaft zu einem Attacke verlernen um Surfer zu verlernen Gen 6 echt noch nicht auf dem neuesten Stand Attackenverlerner Gen 6 laut Google braucht man Kaskade scheinbar nicht ich guck kurz wo er ist Kataken Kataken Verlerner Attackenverlerner ist in XY in Frescora Frescora Oh mein Gott Okay aber Grabbit kurz die Sachen beibringen Im Fresskoma genau Heutzutage kann man VMs schon überschreiben aber damals ging das noch nicht weil man sich dann softlocken kann aber ich finde in einem Pokémon Center wo man in der Stadt ist ich meine trotzdem kann man sich dadurch softlocken indem man jedes Pokémon frei lässt aber wenn man in der ja indem man jedes Pokémon frei lässt und dann ist man aber trotzdem solange man in einem Pokémon Center ist auf festem Land sollte man immer zu einem Pokémon kommen das jeder VM lernen kann aber es könnte halt sein dass ich all mein Geld ausgebe alle Trainer besiegt habe mir keine Pokébälle mehr kaufen kann kein neues Pokémon fangen kann und damit bin ich softlocked weil ich nie wieder eine VM lernen kann aber dann ist man doch selber schuld ich meine es macht schon Sinn das ist wirklich ein Schutz dass man sich nicht softlocken kann aber in anderen Spielen wie in Gen 2 haben sie auch Lösungen dafür gefunden wie zum Beispiel das Tentacher was extra Surfer lernen kann damit du nicht auf einer Insel gefangen bist und so weiter ich finde wenn man in einem Pokémon Center steht sollte das gehen ah ja dafür gibt es ja den Attacken-Fair-Lerner weil ich mir nicht mal sicher bin ob der Attacken-Fair-Lerner VMs verlernen kann äh was habe ich jetzt nicht gelernt Stärke ach Zertrümmerer ist Zertrümmerer keine VM hier? wo ist Zertrümmerer? oder auch hier und Oras ist Zertrümmerer wieder nur vor ihm und Oras ist doch auch das erste Mal dass Zertrümmerer vorkam ne? das eklige Rübs-Pokémon hallo Yellowflash hallo Runny ok dann gehen wir jetzt mal ohne Kaskade in die Siegelstraße es kann echt sein dass wir es einfach nicht brauchen werden aber ich mache Fiaro wieder weg von der ersten Stelle und wir nehmen ich mache mein Quajutsu einfach so unfassbar stark ich lasse Quajutsu an erster Stelle Yellowflash, danke schön für sieben Monate wie geht's, wie steht's? es steht, es steht es steht immer sehr gut und hallo Dinomax du brauchst Kaskade nur um Drachenklaue zu bekommen und ich habe noch nicht mal ein Drachen-Pokémon wobei wahrscheinlich könnte Pandrago Drago-Klaue lernen Drachenklaue ist schon geil aber ja das finde ich aber schade dass sie hier schon angefangen haben wobei in Gen 5 schon ne in Gen 5 haben sie einfach schon angefangen VMs komplett unnötig zu machen nicht komplett aber so von wegen oh hier hast du ne krasse VM-Kaskade womit du Wasserfälle hochlaufen kannst oh du brauchst es nicht ist doch schade ich fände es voll cool ich fand es immer geil dass man so ist wie ein Rätsel halt ja das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd hier so gegen so einen Wal zu kämpfen dann lernt Leo wie sein Pokémon heißt Pandagro klingt doof Pandagro Pandagro oh Grabbit wird jetzt die ganze Zeit aufleveln das erste Mal das Duren Guard kämpft Leute es hat sich bewiesen es ist würdig oh Duren Guard geiles Ding das Geräusch wird jetzt aufkommen Pandagro kommt nicht von Dragon du glaubst es heißt Pandagro wegen Pandagros ne du trollst mich du trollst J-Trold lassen sie mich durch ich bin wichtig also könnte ich es mir merken Pandagros Pandagros es kommt nicht darauf dass ich es mir nicht merken kann ich finde es einfach ein Zungenbrecher mehr Zungenbrecher als Pandrago kann auch von Groß kommen es kommt niemals von Groß Leute warum sollte es von Groß kommen da steht buchstäblich Agro und ihr sagt es kommt von Groß Meganie kommt auch nicht von Geranie sondern von Mega nie einfach es ist nie Mega weil Meganie hat keine Mega Evolution gekriegt deswegen ist es einfach nie Mega Meganie Pandrago das Drachen und Brot Pokémon Hallo Damless war für mich immer logisch echt du hast echt gedacht es heißt Pandagros Pandagro Pandagro natürlich kommt es von Agro ich dachte bis vor kurzem dass es Pandrago heißt weil ich einfach immer man kennt es ja man liest Sätze und man sieht Rechtschreibfehler nicht weil man im Kopf hat wie das Wort heißt man liest ja nicht Buchstabe für Buchstabe und für mich war es immer Pandagro äh Pandrago weil es sich cooler anhört Pandrago ich habe mich immer gefragt warum Drago es gibt Pion Draghi und auch da macht es keinen Sinn aber Drago das ist ein Panda aber okay vielleicht für mächtiger Panda einfach aber dann wenn man genauer hinschaut sieht man dass das L und das A vertauscht sind warum war oh ne für den schlechten Witz musste ich kurz aus dem Lurk schauen ansonsten weniger wenig am japanisch lernen oha bist du bald unterwegs nach Japan hast du das schon mal erzählt ein bisschen Backpacken nicht in Japan sondern nach Japan Backpacken raumen raus und hoffen krass einfach ach der 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 Türwärter der Türsteher hat gegen mich kämpfen wollen ok das ist ein bisschen egoistisch von dem wow fürs Backpacken dahin reicht mein Urlaub nicht so ein Jahr Urlaub ne geil nächsten April sag Bescheid wenn du Bock hast kann ich dir ein paar Tipps geben was wir gemacht haben wir haben eine geile Stelle gefunden für Mount Fuji falls ihr den anschauen wollt haben wir jetzt auch den Eltern von Rosa empfohlen und die haben es genauso gemacht und haben es auch großartig gefunden anstatt diese typische Route zu nehmen wo die ganzen Touris sind Segestraße Ahoy oh nein Ass Trainer wie macht man denn ein Snibuna weg ich surf einfach oder ist Snibuna Eis schon oder ist Eis und Licht Vorsicht 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 Kojutsu Licht einfrieren Frau Freundeskollegen kommt aus Japan okay dann hast du vielleicht ein paar mehr Insider-Informationen Du hast mein Butter Chicken heute wieder gemacht ja ja mein Rezept meinen Lieblingskollegen mitgebracht der wollte direkt ein Rezept haben mein Rezept Leute es ist einfach nur Butter Chicken auf Google eingegeben bitte sagt nicht dass es mein Rezept ist ich habe euch nur auf die Idee gebracht aber geil ich mache es heute auch wieder ich habe gestern schon mariniert und heute wird es gemacht wieder das ist echt mein absolutes Lieblingsessen es schmeckt jedes Mal so dass ich nicht will dass der Teller leer geht ich weiß gar nicht warum das so geil ist wahrscheinlich weil ein Kilo Butter drin ist wahrscheinlich deswegen Leute wenn ihr wollt dass was schmeckt dann haut einfach Butter Salz und Fett rein oh ja oh geht du hast noch nie Butter Chicken gegessen du kannst auch ja das Butter Chicken ist eigentlich Butter Chicken das macht man auch nicht mit Rind oder mit irgendwas anderem das ist eigentlich immer Chicken aber es gibt bestimmt auch Butter Panier oder Butter Tofu das sollte eigentlich genauso gehen Schnüffler ich kann wahrscheinlich meinem Grabbit gar nichts beibringen weil es nur V1 kann Grabbit lernt jetzt einfach Überstrahl und ich muss so sagen nein Butter Tofu hattest du schon? na schau ebenso mal 50-50 mit Mineralwasser mischen und Softgetränk für den Sommer haben Watt Butter Chicken was? was willst du mit 50% Mineralwasser mischen? Hammerarm Tofu? Hammerarm oh Hammerarm 100 das mach ich doch anstatt Himmelheap was nur 90 hat auch 90 eben weg mit Himmelheap die Soße ew ew nein aber die Soße in so ein Wasser am Sodamax reinhauen so blöd bislang ein bisschen Full Force Aftermovie von EMP gelandet kannst du mir den Link auf Discord schicken ich will das sehen ich will schauen ob ich dich finde wahrscheinlich einfach dein Gesicht voll drin okay die Abkürzung würde ich nehmen können aber ich will ja kämpfen ich dachte auch immer es heißt Apollo es gibt immer noch Leute die schreiben auch Apollo dumme Leute die nicht lesen können die denken dass es Pandrago heißt das ist Alpolo aber ich weiß gar nicht woher danke Runny danke ich gucke mich später an ich sehe schlimm aus das denkt sich niemand denn in Realität sieht jeder schlimm aus auf dem Festival wobei bei manchen denkt man sich schon so meine Fresse siehst du gut aus du schläfst genauso wenig wie wir alle bist genauso im Dreck hier warum siehst du so gut aus aber die kannst du auch um 3 Uhr morgens wecken und die sehen gut aus und dann sagen sie auch noch die Mittelnachtsformel auf sie können einfach alles so ein Modelgesicht X12 ist gleich hallo hallo warum hat Sondersensor das nicht gekillt weil kein Stab mir egal trotzdem nervig Albtraum und Apollon Apollon was ist denn ein Apollon ich hoffe so sehr für dich Runny dass Ice Nine Kills niemals ein Skandal haben wird Apollon Apollon ist Apollo was ist das waren die Apollons nicht Schildkämpfer was haben die dann mit einem Geist zu tun ist hier schon raus was raus rein raus rein die gehen erstmal hier lang oh es ladero den müsste man noch fangen ne das ist doch ein Gen 6 Pokémon was bist du eigentlich Kampf nur Kampf Kampf Lukoschen ich tut mir nix ich bin Durengard der Wächter der Zerrwelt ne gibt es irgendeine Lore hinter Durengard ich kann mir ich meine Lore aber wäre ja dass es irgendwie Teil von den Rittern ist so der Beschützer des True Realms der Tafelrunde oder so aber dann sollte es auch in Gen 5 sein und nicht in Gen 6 ist in der griechischen und römischen Mythologie der Gott des Lichts des Frühlings der sittlichen Reinheit und Mäßigung sowie der Weissagung und der Künste insbesondere der Musik der Lichtkunst und des Gesangs außerdem ist es ein Gott der Heilkunst und der Bodenschützen ja Apollo halt aber wir reden von Apollons also Apollon ist Apollo ach so ähm ich sag dir jetzt woher Apollo kommt ich glaub nicht dass Apollo von Apollo kommt Apollo kommt von Albtraum und Apollon okay warum ist Apollo nach dem griechischen Gott der Sonne benannt was was macht das denn für einen Sinn das sollte eigentlich das sollte halt einfach benannt sein nach dem Gott nach Hades so nicht warum 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 das gefällt mir nicht Womp Womp Wompst du jetzt sind wir hier bei Shy Lily Womp Womp hast du Shy Lily gesehen letztes Mal auf der TwitchCon die war da ich hab mich aber nicht getraut Hallo zu sein Vito hat sich getraut zwischen Apollo und Alpollo ist ein älter zwischen ja aber das macht's nicht zu nem was aber trotzdem kommt's von Alpo was Apollo passt nicht zu Alpollo aber to be honest sagt mir auch so wenig achso weil du ihre Catchphrase gesagt hast Womp Womp ist ihre Catchphrase das sagt sie ist eine VTuberin irgendwie sind hier nur Kampfpokémon Drama Shy Lily hat Womp Womp von Dämmnis geklaut Schadrago ist auch Gen 5 oder? Aber ist schon Schadrago ist Gen 5 das kam in der Drachenstiege das ist nicht Gen 6 weg mit dir hier nichts wo sind die ganzen Gen 6 ich hätte gerne eine Heilung kämpf mit mir die Gen 6 haben sich versteckt weil wir über Apollo und Alpollo diskutiert haben wieso sollte Alpollo von Alpollo von Apollo kommen dem Gottes der Sonne macht einfach keinen Sinn Alptraum macht Sinn Alp Alpollo Alpollo oh nee aber Garga warum du so langsam so wird die Tom 4 aussehen genauso aber jeder wird sofort unter meinem Eisstrahl zittern haha Gott ist Licht nicht Sonne ja noch schlimmer die Sonne kann wenigstens Menschen umbringen Licht kann Menschen nicht umbringen nur die Sonne zu viel Sonne oder wenn man zu nah dran ist okay das ist einfach ein kleiner Spaziergang draußen damit man auch mal wieder weiß was man vermisst hat rein da jetzt kriegen die alle keine Levels mehr okay ich könnte auch meine ganzen Beleber benutzen ich habe sieben vielleicht hätte dieser Wanderer mich gerade auch einfach wieder geheilt dann tun wir jetzt aber Pandrago an erster Stelle Alpolos Name ist in den verschiedenen Sprachen setzt sich aus den Wortbestandteilen für Geistspuk Heimsuchung Albtraum und Gas zusammen aus PokéWiki okay Hallo Mr.Devoss Lichtschwert es ist Star Wars ja paralysier halt jeden von mir einfach ist Karateschlag vielleicht stärker ist Kampf gegen Kampf normal oder Licht kann Leute killen wie kann Licht achso wegen Lichtschwert das ist ein Laser das ist kein Licht ich rede von Lichtlicht Laser ist Licht ja Ruhe vor einer Ruine heilt jemand deine Pokémon hoch aber da draußen war eine Ruine aber da stand niemand ich kann mir vorstellen dass noch eine kommt ich geh nochmal kurz raus Karhül Dankeschön für dein Prime hier ist eine Ruine ne dann kommt es noch das nächste wenn ich rauskomme wir halten durch jetzt wird das mal gehüpft und einen Top Schutz angemacht weil es gibt ja eh keine Gen 6 Pokémon hier unfassbar was mich krass verwundert ist dass man keine Sachen favoritisieren kann favorisieren kann favoritisieren jetzt kann ich der richtige Weg sein nur umso weit zu offensichtlich okay ich sollte es langsam ich kann es nicht akzeptieren dass es so wenige Gen 6 Pokémon gibt ich meine ich habe so viel noch nicht gesehen warum ist hier kein Bitora oder wie es heißt warum warum es wird hier kein keine Ahnung warum ist hier kein dieses das hier warum ist hier nicht das hier oder 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 die Dennis können hier auch rumlaufen oder Viscoras oder vor allem Rock Rockaras es gibt so viele Pokémon die hier hinpassen würden oder oder Neubert FM ich kann auch verstehen dass wenn es wenige Pokémon gibt dann müssen viele davon auch selten sein das ist schon extrem ich meine habe ich heute nein ich habe heute in der Wildnis noch kein einziges Gen 6 Pokémon gesehen Gen 2 lässt grüßen ja total aber das war halt wieder auf Reaktionen von Gen 5 weil bei Gen 5 haben sich alle darüber beschwert es gibt nur Gen 5 Pokémon wo ist mein Glurak mi 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 so viel besser als dauernd Georock zu sehen mach wenigstens Sedimantour oder sowas aber doch nicht Georock einfach ok was ist hier ich habe doch Topschutz an achso aber an erster Stelle ist ein schwaches Spann der Rago danke für nix Gen 6 dann analog zu Gen 2 mit vielen Pokémon, die man erstmal gar nicht findet. Man findet, am Anfang sind relativ viele, so Fluet und sowas schwirren es schon einige rum. Aber dann, ab der Hälfte ist echt Gen 6 Stille. Eine leichte Brise. Ja, für die Story nur Pokémon aus der Gen, super. So wie ein Gen 5, ja. Und dann, wenn du es durch hast, kommen alle anderen dazu. Deswegen gibt es ja den Unterschied zwischen regionalen Decks und nationalen Decks. Aber nein, wir kriegen einen Okay, das ist cool. Das ist ein Gen 6 Pokémon. Trotzdem, das ist nicht wild. Die Trainer haben tatsächlich einige Gen 6 Mons. Wie besiege ich dich eigentlich jetzt am besten? Ich weiß es nicht. Ich surfe dich tot. Hallo, Gehe. Geheck. Vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Ich habe mal gelesen, dass man einen legit shiny Mew aus Marag nur auf der japanischen Version erhalten kann. Stimmt das? Oder geht das auch auf der deutschen oder englischen Version? Ähm. Das Mew genau genommen existiert nur auf einer japanischen Version, denn das Event, also anders gesagt, das Event von Mew fand nur in Japan statt. Weswegen du also und du konntest auch nur mit einer japanischen Edition, konntest du Mew. Naja, dieses japanische Event abholen damals. Damals in Gen 3 musste man ja noch mit seiner Cartridge vor Ort sein und dann geben sie einem das Event drauf. Was die alte Seekarte ist, glaube ich, bei Mew? Ja. Das Event fand halt nur in Japan statt. Das Event ist trotzdem auf jeder Cartridge drauf, egal welche Sprache. Das heißt, mit Glitches, wie eben dem Pomek-Glitch aus meinem Video, kannst du dir die alte Seekarte geben und das Event aktivieren. Jetzt könnte man denken, oh shit, das heißt, wenn das Mew dann nicht japanisch ist, wird Bank und Home sagen, illegal, kann nicht existieren, weil Event nur in Japan stattgefunden, aber tatsächlich ne. Du kannst dir ein Mew in Deutsch holen, dass es genau genommen nur auf Japanisch geben sollte und Bank und Home werden sich nicht beschweren. Also ja, du kannst das ohne Probleme machen, du musst halt den Pomek-Glitch machen und dann dir die alte Seekarte geben. Okay, ich hab die japanische Version. Ja, dann geht's sowieso. Aber viel Spaß dann dabei, wenn du nicht japanisch kannst, das alles zu lesen und zu wissen, wo was ist. Warum bist du gerade draufgegangen? Hat das Garabon ne Kampfattacke gemacht? Das ist nicht nett. Ich bin schon vor Ort. Wie, du bist schon... Achso, du bist schon bei der alten Seekarte. Ja, ich mein, das ist halt noch cooler, wenn du das auf... Also ich weiß nicht, was cooler ist. Im Endeffekt ist es cool, ein deutsches Mew Osmaragd zu haben, weil es nicht möglich ist. Aber halt doch. Auf der anderen Seite ist es cool, ein japanisches zu haben, weil nur das eigentlich logisch ist. Alter, Scaraborn, ich weiß, du bist ein hartes Ding, aber entspann dich. Wir müssen noch ein bisschen weiter. Why not both? Genau. Wollte nur wissen, ob das noch mal auf anderen Sprachen geht. Ja, du kannst es noch mal auf anderen Sprachen machen. Oh, hör doch auf, warum schwebe ich nicht? Oh. Oh. Hey, einfach auswendig können. Genau. Ein Blind Run Pommik Glitch. Bin wieder da, Leon. Hey, Game Benno, herzlich willkommen. Okay, wir sind wieder nur hier, um einen Mondstein wahrscheinlich jetzt zu finden an diesem Stein oder einen Hyperball, den kein Schwein braucht. Oder auch nichts. Bitte, was? Ich war hier wegen Carbon. Unfassbar. Okay, dann, aber ich kann den Stein nicht verschieben. Wo muss ich denn lang, ey? Ich war doch jetzt schon überall. War ich noch nicht überall? Ah, hier war ich noch nicht. Ah, hier. Moment, ich kämpfe jetzt mit zwei Pokémon, wo von einem Freund, Sklavus. Oh, nein. Hey, wenn ich draufgehe, bin ich schneller beim Pokémon Center als Fluchtseil zu benutzen. Okay, dieses Psyana, das kriege ich aber, das, okay, vielleicht, das kriege ich weg. Komm, das kriegen wir weg. Nein. Du, Rengard, warum so langsam? Du bist so viel stärker und nicht schneller. Okay, Pan, da go. Ich habe mich mit Muse eingedeckt, als die in Kapu vor den Mutal Raid verteilt wurden. Musste ja nur knapp eine Stunde für spielen. Ja, immer wieder neu anfangen und neu holen. Ich habe mir, glaube ich, drei geholt. Eins war lustigerweise, eins war Käfer, eins war Drache und eins war, habe ich vergessen. Aber Drache und Käfer ist eigentlich sehr geil für Mio gewesen. Auf die Insel bin ich tatsächlich auch auf der japanischen Version nicht legal gekommen, habe ein Mogel Modul benutzt und eine Anleitung, wo ich durch irgendwelche Wände gegangen bin und dann auf die Insel abgetaucht bin. War das schon vier Jahre her, weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Ah. Vielleicht hast du ja Bock auf einer deutschen oder englischen Version den Pomme-Glitch zu machen aus meinem Video. Der macht tatsächlich viel Spaß und es fühlt sich zumindest mehr verdient an, als wenn man einfach den Cheat eingibt. Aber ich verstehe es, wenn man das auf japanisch macht. Wie, 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 wie? Ist einfach so krass. Okay, nochmal durch. Tatsächlich, Siegestrahl ist ein bisschen hart, sobald mein Quajutsu weg ist. Was halt nach einer Zeit passiert. Der Rest hat es nicht so einfach. Kann ich auch mal testen, das Video kann ich. Ich finde, Pomme-Glitch macht Spaß. Das Einzige, was nicht Spaß macht, ist, dann den Code einzugeben. Das ist halt so dummes eingeben. Aber vielen Dank, Herr Bivore, für den allerersten Sub hier. Dankeschön. Ich habe auch noch eine Übersicht mit Attacken und Pokémon in einigen Sprachen als Tabelle gespeichert. War bei dem japanischen Playthrough Gold wert. Ja, ich kenne da auch so Excel-Tabellen. Ich habe mir mal so Excel-Tabellen für Pokémon Stadium rausgesucht. Das allererste Pokémon Stadium gab es ja nur in Japan. Und ich will das immer noch irgendwann 100 Prozenten, also alle Achievements haben, aber es ist so schwer. Das war tatsächlich schwer einfach. Kämpfe sind ziemlich hart und du hast nur wenig Auswahl und schlechte Rental-Pokémons. Ok, Männer. Äh, dun-dun-dun. Pfft. Mein Shiny Mew aus Kanto ist auf jeden Fall verdient. So viel Arbeit. Sagst du das, weil Mariko dir eins geschenkt hat? So smiley Punkt, Punkt, Punkt deutet darauf hin. Ich kann nur empfehlen, es auch mal selber zu machen. Es ist tatsächlich cool. Es macht Spaß. Ich versuche ja, es gibt ja so viele unfassbare Glitches da draußen und viele sind einfach nur nervig schwer. Ah, du hast es mit meinem Video gemacht. Ok, ok, ok. Aber so Mew Glitch und Pomek Glitch und so S7 Glitch die sind cool, die sind halt machbar. Es ist schon Arbeit, aber sie sind gut machbar, wenn man einfach Void Glitch ist da noch das schwerste, finde ich. Und das anstrengendste, weil du halt wirklich einfach in der Dunkelheit rumläufst. Aber auch der ist irgendwie halt cool. Einfach so im Nichts rumlaufen und dann auf einmal steht man vor einem Pokémon. Ich habe mir halt auch so Glitches angeschaut, wie ähm der ist da Cute Charm Glitch und der ist dann so kompliziert und einfach es nicht wert, finde ich. Oder was ich vielleicht machen will ist der der neue es gibt einen neuen Glitch für den also quasi Pome Glitch und Feuerrot Pome Glitch und Feuerrot und Blatt Grün nur besser und einfacher jetzt. Den will ich vielleicht irgendwann mal probieren. Spätestens wenn es Gen 3 auf der Switch gibt. Wenn das jemals passiert. so 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 warum sollte ich so das ist dann Abkürzung oder ja wenn möchte ich das jetzt hochschieben warte mal ne das ist doch nur es gilt doch nur als Abkürzung oder aber was ist das für eine das ist doch diese Abkürzung macht doch keinen Sinn das war das war gerade Quatsch oder hier ist ja nix hätte ich das runterschieben müssen hä was bringt was bringt dieser ach da da doch 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 da ach so ja jetzt sehe ich es ich sehe es ich sehe es ich sehe es in Smaragd hast du vorgeschriebene shiny frames die odds sind aber die gleichen 1 zu 8000 das meinst du echt dafür gibt es dafür gibt es einen Patch meins macht Sinn dass jemand einen Patch dafür entwickelt hat ok warte mal was machen wir Galagladi ist Kampf Fee ne schon eine Fee Kampf Fee also mache ich Sondersensor und du kleiner du bist ein Psycho Kampf wegen dich habe ich nix nächster shiny hand in Carlos irgendwann ja wenn ich im moment bin ich noch in gen 3 am shiny hand nice es es gibt ja auch für gen 1 einen rom patch der es möglich macht überall shiny zu finden und man sieht sogar ob shiny ist ohne nachrechnen zu müssen das ist auch cool aber irgendwie dadurch dass halt dadurch dass du halt da eine rom reinpackst oder dadurch dass halt die rom patcht wirkt es nicht mehr so echt einfach finde ich Galagadis Kampf Psycho keine Fee Schweinerei Quajutsu entwickelt sich gleich zur Freundesakt Version falls ihr das nicht wusstet Quajutsu entwickelt sich auf Level 101 zur zu Ash Quajutsu weil es ist so sehr vermisst bin ich über die Brücke gelaufen ja ich bin über die Brücke gelaufen ne was ist da da geht's raus also ist da vielleicht die Heilung hier geht's weiter wer hätte es gedacht ein Georock so unter repräsentiert dieses Pokémon macht doch wenigstens Geobats das 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 würde mich flashen wenn einfach so ein Geobats auftauchen würde das wäre geil so ein Level 1 Geobats wie wäre es damit okay es gibt zwei Wege das ist wahrscheinlich der richtige Weg dann gucken wir jetzt noch den anderen Weg an vielleicht ist da ein Item kann nicht sein dass man also wenn ich jetzt da noch geheilt werde dann geht es noch länger aber es ist auch die oh das ist nur ein Item okay gut das heben wir natürlich auf für Momente in denen wir verzweifeln vielleicht mache ich es diesmal so ich schätze mal dass Leveln hier sehr einfach bleibt und dass ich die Top 4 die ganze wiederholen könnte also könnte ich alle Pokémon in dieser Gen entwickeln weil es sind ja wirklich nicht viele Problem ist nur das fällt mir gerade auf oh shit ich kann nicht wirklich entwickeln weil ich habe keinen zweiten DS der Y abspielen kann ich habe nur einen normalen DS da kann ich aber kein Y reintun warum mache ich Nachtheap das ist eine Fe das heißt ich kann die Tauschentwicklung nicht hier machen leider außer ich kaufe einen zweiten DS damn niss du bist ein Palim Palim haben sie auch eine Flasche dabei war ein Atsumarille und mein Quajutsu ist schon so gut wie weg sollen wir auf den Breeze traden das dauert ich fände es so cool aber so lange kann ich nicht warten es ist ja noch es kann sein dass es super schlecht läuft und wegen dem Umzug und sowas dass ich es nicht schaffe eher und dann auf jeden Fall ich habe mehrere kann ich dir schicken von was hast du du willst mir ein 3DS schicken wow wow also ein bisschen übertrieben mir ein 3DS zu schicken nur damit ich Pokémon zu tauschen tauschen kann oder es wäre schon irgendwie cool ich habe einen normalen und gemoddeten habe ich eigentlich irgendwas gegen Fee ja Stahl trusten wir no subs ja ist die Frage du meinst eine Flasche Pommes Frittes ja würde ja mit dir tauschen aber Server sagen nein eben soll ich dir doch meinen DS zukommen lassen das ist sehr nett dass ihr das anbietet aber dafür dass ich die Pokémon einfach auf Home packen kann und dort entwickeln kann ich meine müssen wir jetzt keinen DS für viel Geld um die Welt schicken und dann geht er vielleicht verloren oh Amagaga lernt tatsächlich Hyperstrahl weiß ich nicht weiß ich nicht vielleicht besser als Bodycheck Hyperstrahl ist schon eine Spezialattacke oder ich weiß nicht was Amagaga ist ist Amagaga eher Spezial oder sollte Spezial sein glaube ich komm ich mach anstatt Bodycheck einfach vielleicht so als letzte Attacke die man machen kann kann sich auch mit Citra tauschen ja aber das ist doof so und hier will mich jetzt jemand heilen bist es du Nein Hallo Mariko ihr müsst mir euren DS nicht schicken dafür kann ich hier einfach ein Home entwickeln oder halt rüber schicken aber ich glaube alles andere werde ich im Spiel machen einfach weil es so wenige Pokémon sind und ich glaube es wird nicht schwer einfach die Top Top 4 nochmal machen wo ist der Unterschied ob du dir Spiele wie Feuerrot oder was das war oder einen 3S zuschicken lässt die Spiele waren nötig anders hätte ich es nicht machen können und es ist immer ein Risiko also ich hatte wirklich Angst dass einfach die Spiele nicht ankommen verloren gehen oder was auch immer es ist immer ein Risiko aber wenn es halt nicht sein muss warum dann das Risiko eingehen und tauschen muss nicht sein warum muss ich denn was ist denn hier eine tauschentwicklung äh was ist denn hier überhaupt eine tausch achso äh paar finesse und sowas ist tauschentwicklung oder warum muss ich jetzt das Risiko eingehen dass ihr ein DS verliert ich habe schon eine 600 Euro Kamera hier in der Post verloren also es kann wirklich passieren oder dass es kaputt geht oder sonst was ich meine die behandeln die Post auch wie sie wollen warum soll ich das Risiko eingehen wenn ich das Pokémon einfach auf Home schicken kann und da entwickeln kann das Video ist nicht besser nur weil ich sage und dann habe ich ein paar finesse entwickelt heile mich nur paar finesse und Sabayone sind es glaube ich was 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 ist das das klingt gefährlich und klingt das so krass äh Ibitak ich wollte gerade sagen Fiaro äh Ibitak Paragonia und Irbis das stimmt die auch Rivalkampf dead ich zeige jetzt meine One Shots voraus one shot dead auf zu muggeln zurückgeschickt ja das zählt noch nicht war ja noch kein shot dead okay jibis musst du halt viermal tauschen oder fünfmal ja fünfmal glaube ich haltarier halb tot nicht mal halb schon gehe ich auf hallo Sophie Stahlflügel okay 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 hmm Klingsturm ist ja diese zwei runden Attacke komm weg damit 1 in 1 bringt mich zum heulen sollen wir kollektiv 1 in 1 hauen gehen ist du Kampf ist Brigger und Kampf ja oder ja aber natürlich bleibt ein KP übrig weil wegen der Freundschaft oh das war vielleicht blöd bin ich schneller ja wir gehen erst wieder wenn der Anschluss läuft genau oh komm damos mehr damos mehr amagarga damos mehr damos weniger ich brauche ein Schreikissen was ist der Unterschied zwischen einem Schreikissen und einem normalen Kissen kann nicht jedes Kissen ein Schreikissen sein komm das war's ich bleib bei der Entscheidung Schreikissen ist kleine rund mit Einhorn Einhorn Motiv Entschuldigung wie konnte ich das nicht wissen warum hast du sowas nicht scheint sicher auszukennen ich lerne gerade die Typen ich gucke was effektiv ist okay ich werde mir nie merken ob Kampf gut gegen Unlicht ist oder andersrum ich glaube Unlicht ist gut gegen Kampf Nein Kampf ist gut gegen Unlicht mein erster Gedanke war doch richtig Mann ich habe zum Beispiel nie die Gelassenheit die du beim Stream hast es ist eine Tugend du schreist bestimmt nie ich schreie tatsächlich nie ne außer wenn ich meine Metal Musik mitsinge und selbst dann schreie ich nicht es gibt keinen Grund zu schreien aber tatsächlich ist es wahrscheinlich ich schimpfe eher mit erhobenen im Finger das L in Leo steht für leise ich bin halt so ein pragmatischer Mensch es macht halt es gibt keinen Grund zu schreien aber tatsächlich wahrscheinlich ist es gesünder Emotionen rauszulassen anstatt sie drin zu lassen und ich bin eher der der die Emotionen drin lässt und dann irgendwann sie rauslässt und es eher so oder falsche Situation ist weißt du wie zum Beispiel dass ich sie an euch auslasse hallo Mauri leiser einsamer Opa vollgemein höchstens morgens ein Brunst Schrei ja wenn man aufsteht so ein ist aber auch kein Schrei Auseinem tun harte Worte um einiges mehr weh wenn man sie ruhig sagt weil sie dann überlegt rüberkommen und was tut mehr weh etwas gemeines was du sagst aus dem Affekt heraus laut schreiend oder kalkuliert leise und kühl du Arsch um einiges böse alles kalkuliert Mauri du Arsch du bist ein Golden Go oder Moneti Go denn man geht damit ich fange für jedes ich fange keine Ahnung wie viel sieben sieben Quaffabs oder so fange ich ja deine Geduld beim Shiny Handler dich auch kennen ich suche gerade Lugia in Pokémon Silber und hab gefühlt schon 1000 Resets und immer noch kein Shiny aber 1000 ist nicht viel Benny es tut mir leid du musst deine Erwartungshaltung muss halt dementsprechend sein wenn du mit erwartest das Gen 9 hat das kaputt gemacht in uns wenn deine Erwartungshaltung ist dass du bei einer Chance von 1 zu 8000 innerhalb der ersten 1000 an Shiny findest natürlich ist man dann die ganze Zeit nur halt frustriert aber wenn du halt eine full out Shiny hand machst mit 1 zu 8000 dann muss deine Erwartungshaltung sein dass du in den ersten 8000 nichts findest und die ersten 8000 einfach nur abarbeitest deine Aufgabe ist es diesen Zähler auf 8000 zu kriegen nicht zu erwarten dass ein Shiny kommt weil dann wirst du nur enttäuscht die ganze Zeit und das hat Gen 9 in uns kaputt gemacht weil wenn du da ein Sandwich an machst und in der ersten halben Stunde kommt kein Shiny dann bist du einfach enttäuscht weil das tatsächlich in den ersten 30 Minuten kommen sollte so von der Chance gesprochen nein auf dieses Altaria falle ich 500 noch nicht da ist ja da kann man anfangen langsam zu frusten oder da würde ich auch frusten frusten das ist der Grund warum ich nicht mal mitzähle ich habe das Gefühl wenn man nicht mitzählt dann spürt man keinen Fortschritt weil dann könntest du bei 100 sein und bei 1000 und du spürst es das ist schon schwer zu spüren wo man dann es sau schwer einzuschätzen da zähle ich lieber mit wie ist das Geräusch das grab it macht mir ist es zum Beispiel auch so wenn ich so richtig scheiße wütend bin kommt automatisch gleichzeitig das heulen da hat jemand seine Gefühle nicht unter Kontrolle nein ich zu lassen oder seine Gefühle ich glaube man hat vielleicht mehr Vorteile im Alltag wenn man seine Gefühle unterdrücken kann aber ich glaube innen drin ist es gesünder wenn du deine Gefühle einfach raus lässt in dem Moment wo du sie bekommst bekommst Gefühle bekommen das sagt man doch so und dann hoch und zurück und wieder runter und item abholen nicht in die schatten laufen diesen astrainer besiegen auch geil dass ich 2017 mit Hunden angefangen habe schon Usum Xanir mit Schillopin gehunt und hatte es dann bei 8051 da habe ich schon gezweifelt ob das überhaupt was für mich ist wo ist denn Usum überhaupt Xanir in Ultrapforten wie krass ist eigentlich dass ich glaube 3 wenn man den Fail mitzählt der Deoxys in dem unteren rechten Spiel kam und den anderen keins beziehungsweise nur 1 waren es 3 der Fail war unten und die letzten beiden waren unten rechts also ja und der eine nicht fail war links ja es hat mich auch geärgert weil ich will ja einen ich hätte gern Deoxys auf Deutsch ich meine ich hab eins das RNG ist auf Deutsch aber ich hätte gern eins in der deutschen Version gefunden aber ja das war falsch ich hätte runter gemusst verdammt nein hallo naruzi dankeschön Zebra für drei Monate dankeschön habe ich irgendwelche Subs nicht gesagt ich glaube ich habe alle gesagt heute habe ich Yellow Flash gedankt habe ich Palki gedankt ich glaube ich habe Palki und Yellow Flash nicht gedankt verdammt Bad Stringer sowas von verdient gewesen nach dem 28k Reset schon oder aber wie gesagt diese 28k sind ja immer noch zeitlich gesehen durch 4 gerechnet und dann ist es gar nicht mal so schrecklich aber 28 ist auch schon krass da habe ich echt gezweifelt dass ich irgendwas kaputt gemacht habe schaust mich an aber du willst nicht Lugia ist da nice schau gerade schau beschweren hilft immer man beschwert sich darüber dass es noch nicht bei 1000 Resets da ist und dann kommt es und dann denkt man sich wie zum Teufel hast du das gemacht aber meins ist bei 200 gekommen also ich darf mich nicht beschweren kaum beschwert man kann ja die Gefühle zulassen trotzdem raus lassen aber diese halt nicht die Übermacht übernehmen lassen jajajajaja Reset ist gerade nebenbei Selebi auf Kristall dank mir habe ich dich drauf gebracht gerne du bist bei 785 Resets 8 Stunden dauert 700 Resets was musst du nicht einfach nur vor dem Ding stehen und dann kommt es so runter ist das nicht maximal 7 Sekunden so ein Reset wie lange ist ein Reset von Selebi 8 Stunden für 700 das wirkt voll viel ich hab's nicht gemacht ich weiß Naruzi bitte nicht entschuldigen dass man nicht da ist was soll ich denn dazu sagen außer ich hab dich so vermisst versuchst nebenbei shiny cigar zu bekommen viel Erfolg hoffentlich nicht in Gen 6 sondern in 7 oder 8 30 Sekunden für Selebi doch so lang hier Abkürzung hier Abkürzung Mensch wenn's Abkürzung gegeben hätte in Gen 1 ist das Abkürzung in 7 habt ihr nicht vorhin gesagt in Usum kann man achso das war Xenias hoffentlich in 8 warum kommt ein Georock vom Himmel warte mal wie ein Stalaktit Hier irgendwo muss noch ein Stein kommen weil der Rückweg ist noch nicht wo bin ich hier eben ich wusste es doch das war ein großer Grund dafür dass du wieder angefangen hast mit Pokémon Silly bedauert mit Reset 30 Sekunden plus ich mache es auf dem DS und natürlich sind auch ein paar Sekunden mehr dabei ja ich dachte es geht schneller aber 30 Sekunden 700 sind 400 400 Minuten ja ist schon eine Zeit ne es kann schon dauern ich will nur den Rückweg aufmachen falls jetzt irgendwas dummes passiert und nicht einfach drauf gehe hier jetzt sind aber wirklich da rabbit du bist ein Katami heißt es Katami du weißt schon Origami Katagami Katagami das ist jetzt immer wirklich einmal rum Katagami eine Bestie heute ja das sieht nicht wirklich aus wie eine Bestie oder soll ich jetzt noch den anderen Weg da checken da unten ist zum Beispiel noch ein Item ich seh dich Georock ich seh dich unten noch ein Ass Trainer ich bin glaube ich von oben gekommen nee und dann dahin soll ich den noch besiegen erstmal Item checken hat sich das gelohnt kommt das Katagami von Origami ja wahrscheinlich von Katana weil es ein Schwert in der Hand hält Katana und Origami ergibt Katagami ich finde süß dass Daniela seit vor ein paar Streams gelernt hat dass Pokémon Namen alle eine Bedeutung haben Farbe und Beagle weil es ein Hund ist Farbeagle vielleicht funktioniert bei Daniela auch noch dieser eine ne den haben wir aber letztens schon gesagt dieser eine Fag den jeder weiß und jeder ist einfach nur noch ein dummer Running Gag ist ihr wisst welchen oder der bekannteste true funny fact aus der Pokémon Welt was Namen anbelangt Erdbeeren sind Nüsse nein was Pokémon anbelangt gibt es eigentlich ein Erdbeer Pokémon wir haben noch nie einen Makago gesehen die Shader müssen erstmal richtig krass geladen werden von Makago komm bist du auch auf Stein oder bist du nur Feuer ich glaube du bist nur Feuer nee du musst auch Stein sein Slagmanatz du bist auch Stein ja Frobel wollte ich gerade sagen Frobel ist am ehesten eine Erdbeere aber es ist glaube ich eher einfach so eine Kirsche wobei Kikugi ist eine Kirsche Hokumil Hokumil ist achso Hokumil hat Erdbeeren ja aber da sind die Erdbeeren nicht das Pokémon es sind tatsächliche Erdbeeren wobei so wie halt Erdbeeren heißen in der Pokémon Welt Frobel ist ein Früchtchen man lernt halt nie aus ich habe mir vorher auch nie Gedanken drüber gemacht warum ist Sanktoklinge so schwach du bist doch Stahl und Käfer Sanktoklinge sollte dich sowas von fertig machen was ist geschehen hä warum ist es nicht volle Kanne voll krass sehr super viel effektiv das Ding ist doch Stahlkäfer achso Käfer ist gut gegen Kampfe ich werde es nie ich werde es nie akzeptieren ohja Muskelprotze haben Angst vor Käfern oder was habt ihr gestern vorgestern gesagt selbst ein Muskelprotz kann durch einen Moskitostich umgebracht werden Stahlflug nein 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 Scherox ist nicht Stahlflug wenn wenn Scherox Stahlflug ist schenke ich jetzt 5 Subs niemals ist Scherox Stahlflug deine Mutter ist Stahlflug Scherox Käfer Stahl ich hätte 100 Subs wetten sollen wie ist es ein Käfer Sichlor ist ein Käfer dann gibst du dem Sichlor ein Metallmantel und schwuppdiwupp kriegst ein Metall Coat Coating vorgestern hab ich viel gesagt nur hab ich hier nichts geschrieben da du off warst bevor ich zu Hause war wie hast du dann viel gesagt mit wem hast du geredet das Entfesseltruper ist auch Gen 7 ja in Gen 7 gibt's das Banngefäß und damit kannst du die Form von Hooper entfesseln du was arbeiten hast du das auf der Arbeit was gesagt wie soll man diesen Witz verstehen ich dachte du sitzt du sitzt in der Arbeit vor dem PC und guckst den Stream und redest mit mir ohne schreiben zu können ja Leo du hast vollkommen recht oh Leo ha 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 du bist so lustig und so toll bye Benny Amagaga hätte mich überzeugen können aber Amagaga schafft's nicht mehr gegen Stein ein Pokémon ey Jesus Schutzschild warum so ein kleiner Engstling okay also hat man ein entfesseltes Hooper was es erst seit Gen 7 gibt jedoch aus Carlos weil es in Gen 7 keins verteilt wurde dann achso ich hab grad Gen 6 und Gen 7 verwechselt ich dachte du meinst Gen 6 ich weiß nicht ab ab wann das Banngefäß gegeben wurde keine Ahnung ich geb auf PokéWiki Banngefäß ein wir haben die Wohnung übrigens immer noch nicht diese nervige Company braucht ewig weil die sowas von unsere Vergangenheit auf den Kopf drehen das ist so krass was die alles wissen wollen zuerst haben sie mit mir angefangen ohne sich überhaupt Rosas Sachen also wir mussten da super viele so Credentials hinschicken also halt Einkommensnachweis natürlich Personalausweis und so weiter und wir dachten das wird bestimmt alles passen und dann krieg zuerst ich den Anruf dass es nicht passt ich soll doch bitte richtige Bankauszüge hinschicken und da hab ich gesagt okay schwierig weil ich bin YouTuber ich verdiene über YouTube Twitch Patreon Ko-Fi Donations dies und das und hab alles so aufgezählt wie ich Geld verdiene und ich hab nicht ein Konto wo alles hinfließt weil es nicht möglich ist weil jede Website andere Bezahlungsmethoden haben manche wollen Paypal manche können kein Paypal manche wollen Konto manche wollen ein eigenes System was sie auf ihrer Website haben und so ich kann der keinen Bankauszug geben wo nachgewiesen werden kann dass ich genug verdiene das war der aber egal weil da das so eine riesige die größte Company ist eigentlich wahrscheinlich hier in Irland machen die alles wirklich nach Schema F da gibt's kein Wiggle Room also hab ich wirklich halt die ganzen Sachen zusammengetragen so wie als ob ich jetzt nochmal meine Steuererklärung mache und hab halt hier einen Bankauszug da einen Bankauszug da einen Bankauszug und hab das wieder hingeschickt ruft die mich wieder an und sagt wie ist wo ist das ich verstehe das nicht hab ich gesagt ja da 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 und dann sag ich ah ok können sie mir das bitte alles highlighten und dann nochmal hochladen ok also mach ich das PDF aus nehm den Highlighter und mach gelb gelb überall wo Plus steht mach ich gelb 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 sitz da und mach überall wo Plus steht wirklich einfach gelb gelb weil die zu doof ist zu verstehen was der Unterschied zwischen Plus und Minus ist lad es hoch kommt erstmal nix wieder und dann anscheinend zwei Tage später also nachdem das zwei Tage lang das Thema war dann erst gucken sie das ganze Zeug von Rose an die es halt wirklich eigentlich einfach haben sollte wie zum Beispiel Nachweis dass sie da arbeitet Nachweis dass sie so und so viel davon verdient dann sagt die ok super äh ich muss jetzt aber überprüfen ob sie da wirklich arbeiten also sie glaubt quasi nicht die kann nicht einfach hinnehmen dass das offizielle Dokumente sind die muss annehmen dass das alles ähm gefälschte Dokumente sind was ehrlich gesagt super einfach ist natürlich ich meine ich könnte es in Photoshop auch alles natürlich faken aber wenn du so denkst kannst du wirklich alles faken also dann könnte ich auch eine Nummer angeben äh die die anrufen dann ist da ein Schauspieler der so tut als ob man da arbeitet und so weiter also wenn man wirklich die hinter das Licht führen will dann schafft man das auch so und grab it stirbt jetzt aber die überprüfen wirklich alles so glauben nicht dass man da arbeitet schicken eine E-Mail erstmal an die HR da und fragen arbeitet eine Rosa bei ihnen so die brauchen auch wieder eine Zeit lang um das zu beantworten dann reicht denen das auch nicht dass man quasi einen Nachweis hat von dem Unternehmen wie viel man verdient und dass man da arbeitet jetzt wollen sie auch noch die Bankauszüge von der Rosa haben die Bank von der Rosa macht aber also das hat sie dann hingeschickt die macht aber keine PDFs davon sondern du musst Screenshots machen und dann hat die gesagt ja aber auf den Screenshots steht ihr Name nicht drauf könnte ja ein Screenshot von einem anderen Konto sein also muss sie jetzt die Bank darum beten extra ein PDF zu erstellen von den letzten Monaten wo die Bank die ganze Einkommen und die Ausgaben draufstehen plus der Name draufsteht das ist richtig das ist aber auch dumm von der Bank dass man nicht einfach einen Kontoauszug runterladen kann geht nicht hab ich gesagt dann geh doch zu der Bank heute und hol dir einen Auszug da wird es doch wohl draufstehen der Name und die Bank und sowas vielleicht geht es nur online nicht und du denkst dir so das ist alles nicht so wild aber du fühlst dich schon verarscht weil die dir einfach null vertrauen ich verstehe das wenn du so ein großes Unternehmen bist dass selbst wenn nur ein Prozent dich verarschen und die dann nicht zahlen über Jahre hinweg und du echt Probleme mit denen hast verstehe ich das bei einem Prozent sind es trotzdem 100 Leute im Jahr oder sowas wenn du so ein riesiges Unternehmen bist aber du fühlst dich halt schon verarscht wenn du denen einfach Dokumente schickst wo eindeutig ist dass wir uns das locker leisten können und es kommt nur zurück wir brauchen bitte das noch und das noch weil wir glauben ihnen nicht so ungefähr so fühlt sich das natürlich an es ist so man denkt sich fast so oh Gott ich hab gar keinen Bock mehr auf die Wohnung weil die das so kompliziert machen das letzte Mal um die Wohnung zu kriegen haben wir das hingeschickt was wir jetzt auch einfach hingeschickt haben die haben gesagt ey super geil und jetzt machen die so einen riesen Heckmeck draus das ist so nervig am Ende dauert es so lang bis der Einzug bis das Einzugsdatum ist und dann haben wir gar keinen schönen zeitlichen Puffer mehr und haben voll den Stress so ich hab verloren weil ich natürlich jetzt null aufgepasst hab dabei aber deswegen haben wir die Abkürzung aufgemacht und dann sagt die bisschen frech zu mir weil diese Frage komplett irrelevant ist aber ich hab halt ihr voll viele Dokumente geschickt von der Bank von der Bank von dem Screenshot hier Paypal da Twitch da und sowas und und ich erklär das ihr so und das und das und sie so ja kannst du das bitte highlighten dass ich sehe was das Einkommen ist davon ich denk mir nur so ja das wo Plus steht halt aber okay highlight ich das alles für dich und dann kommt die letzte Frage bevor sie Tschüss sagt und fragt wer macht ihre Buchhaltung und ich so Bitch das hab ich natürlich nicht gesagt aber was ist das für ne also Frage diese Frage also erstens also also die Frage ist ja eindeutig nur um um gemein zu sein oder weil es ist vollkommen irrelevant wer die Buchhaltung macht also das kann ihr ja egal sein wer die Buchhaltung macht das hat sie nur gesagt damit ich sage äh ich selber und sie dann sagt ah ok auf Wiederhören ich denke so du dumme Sau hast du du hast es gerade nur gesagt um mir zu sagen dass meine Buchhaltung Schrott ist oha voll übersichtlich echt gut nein ich weiß ich weiß nicht was also ich habe mir schon öfter überlegt eine Buchhaltung zu holen aber ich denke mir halt es ist wieder eine Ausgabe und dafür dass ich nicht viel verdiene mit Twitch und sowas ist es halt komplett finde ich also das macht keinen Sinn und ich habe Überblick ich verstehe wo die Einkommen sind und ich verstehe YouTube muss auf das Konto weil YouTube nur ein Konto im Land zulässt während Amazon ist das Land egal die übersteigen das auch auf das andere Konto und ich war ich es ist schier unmöglich in diesem Job dass jeder jede Website jede Plattform auf das gleiche Konto überweist zum Beispiel weil die alle andere Regeln haben ähm jetzt habe ich nicht die Abkürzung genommen oder warte warte habe ich die Abkürzung doch ich habe die Abkürzung also ich wüsste gar nicht wie ich das noch übersichtlicher machen sollte aber ich kann verstehen dass eine die halt jeden Tag einfach so ah ok du arbeitest da ja hier ist das Dokument dankeschön passt und dann kommt einer der YouTuber ist da ist klar dass es wieder einfach aufstößt und halt die checkt es nicht und dann denkt sie sich und die hat sich wahrscheinlich im Kopf gedacht aber warum hast du nicht einfach ein Dokument wo alles drinsteht weil es halt nicht geht in diesem Bereich einfach und halt ich könnte mich jetzt hinsetzen und jeden Monat Buchhaltung machen und das irgendwie alles in ein Dokument schreiben wohin wohin was hin dahin aber ich habe ich verstehe alles dumme Sau also schaffen ist es dieses Ding hier zu besiegen wie 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 einfach surfen die Frage geht sie aus datenschutzrechtlichen Gründen nix an hättest du antworten sollen ja aber ich hab mir ist es nicht peinlich dass ich das selber mache weil ich finde wenn ich einen Bankauszug runterlade und grün ist plus und rot ist minus dann brauche ich nicht mehr Ordnung da machen vor allem es ist echt nicht viel das waren zwei Seiten oder sowas und die so wo was 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 erwartet die denn von der Buchhaltung dass die dann mit einem schwarzen Stift durchgeht und alles extra schön macht dass sie auf einen Blick sofort sieht und das extra noch zusammenrechnet die wollte Bankauszüge und die hat sie gekriegt oh Wassershuriken aber die waren doch kacke warum lerne ich schon wieder Wassershuriken ah das war hä lernt Quajutsu später nochmal Wassershuriken ich will das nicht lernen langes stream ist noch etwa oh es ist schon halb neun halb sieben ich hab echt lang gebraucht und es war wieder klar dass ich lange durch die siegestraße brauche äh weiß ich nicht vielleicht schaffe ich noch die top 4 es sollte eigentlich schnell gehen die top 4 zu machen ich habe nur keine Ahnung wie die werden aber ich bin gleich bei den top 4 hätte ich sie direkt gefragt ob sie dumm ist und für ihren job kompetent genug ist okay du weißt aber auch dass ich die Wohnung will und die die Macht hat nein zu sagen manchmal ist man halt von anderen Leuten abhängig und dann ist das halt auch so da kommt dann ins Spiel dass ich mich eben nicht von meinen Emotionen überwältigen lasse sondern einfach sage okay thank you I'm gonna try to give you all the documents as soon as possible see you tomorrow bye höre so gedanken verloren zu und vergesse mal wieder hallo zu sagen hallo Eva wie war euer gulasch das war tatsächlich gut ich dachte zuerst so oh das riecht ganz schön zitronig weil kümmel riecht ja sehr so sauer aber dann probiert es war gut war gut und es war auch nicht so schwer es war nur sehr wenig deswegen habe ich noch schnell Nudeln dazu gemacht und dann war es genug aber nur das gulasch also ich habe Portionen vier Portionen eingestellt und es wäre nicht genug gewesen für zwei Leute um richtig satt zu sein und die Nudeln hat es dann zu einer richtigen Mahlzeit gemacht bin ich jetzt da leicht übertrieben die Gebäude werden immer übertrieben Gen 5 war einfach nur in so einem Berg drin aber auch krass weil der Berg dann einfach komplett auseinander gebrochen ist und eine Festung entblößt hat und jetzt ist es einfach ein Schloss du lässt mich schon noch hier ist dann noch ein Pokémon Center was ist hier los Bye Shinra Ich ich mir halt okay anscheinend bin ich der der definitiv aus der Reihe tanzt aber mit dem Job tanzt man aus der Reihe und wenn man riesig ist und noch mehr verschiedene Einnahmequellen hat natürlich nimmt man dann irgendwann eine Buchhaltung die Ordnung da rein schafft und die sicher geht dass man nichts vergisst aber ich habe null Probleme direkt sofort zu sagen so viel ist es hier so viel ist es da und da und zusammen ist es so also ich mache das ja für die Steuern alles die sorgt dann wieder dafür dass man sich so hinterfragt selbst das ist ja auch nicht schlecht was sagt in seinem Finanzamt wenn das nett meckert ist doch alles top das das meckert natürlich erst wenn denen ein Fehler auftaucht auf fällt aber meine letzte Steuererklärung war sogar ein Fehler das ist so dieses typische was so nervig ist an Steuern oder dieses typische mach bitte eine Steuererklärung insgeheim wissen wir wie viel du verdient hast weil die ganzen Unternehmen das natürlich weiterschicken aber mach bitte trotzdem die Steuererklärung wir wissen es wir sagen dir nicht wie viel du verdient hast wir wissen bitte mach selber und dann gucken wir ob du alles richtig gemacht hast und das war also das war jetzt zum Beispiel bei der letzten 22 glaube ich war so Steuerabend actually du hast da ein bisschen mehr gekriegt deswegen korrigieren wir das also okay du denkst dir so wenn ihr das wisst warum muss ich es dann machen es ist so nervig das war auch dumm von dem unternehmen weil das war eigentlich für 23 und 22 und die haben das mit dem Datum falsch gemacht aber die haben das dann da richtig ist dumm wenn es nicht richtig ist dann ficken wir dich ja so krass auch nicht aber ja so ich wollte aber ich gehoffte dass hier noch ein Center ist oder sowas aber ich muss noch Zeug kaufen ich gehe noch schnell Zeug kaufen wo ist zurück überall ich komme nicht mehr raus was ah hier Moment Hä ich komme nicht mehr raus die musste sich Mühe geben bei Generation 5 und 6 das sind schließlich Smash Bros Stages echt die Festung hier Rüstung sein du bist schon in der Top 4 ich komme nicht mehr zurück es hat noch nicht mal angefangen habe ich gespeichert draußen ich glaube ich habe draußen gespeichert egal verrecke ich halt aber vielleicht schaffe ich es jetzt auch first try so 0 Vorbereitung 0 Pokémon nochmal angeschaut Grabit dabei was ein 4M Sklave ist ein paar Items durch den Spielverlauf dabei ich könnte noch kurz gucken ob ich denen jetzt Items gebe zum tragen ganz kurz ganz schnell wenn hier welche sind äh mit mental kraut ich habe noch nicht mal wirklich äh dinge hier Schutzband Macho Band Nassbrocken äh nee ich habe nicht mal wirklich Feuertafel aber Fiaro will ich keine Tafel geben wegen Dingen Elektro Tafel brauche ich auch nicht Erdtafel brauche ich auch nicht Typ Flug ne will ich auch nicht Typ Unlicht okay wir geben Typ Unlicht Quajutsu oder Pandrago Quajutsu kann halt Pandrago kann halt nur Knirscher vielleicht habe ich ja Schwarzgurt ne ich gebe Quajutsu Dingtafel und Schwarzgurt gebe ich Pandagro Gift Granit Stein ich würde gerne lieber Eis aber ich glaube ich habe nichts mit Eis oder ne Buda Boden Geist geben wir Geist Durangard und Granit geben wir dann Amagarga wegen der einen Antikkraft Schützer lässt es mit seinem Angriff zurückschrecken ne okay wir probieren jetzt einfach First Try vielleicht klappt das ja es sollte klappen aber ich pass auf ich muss aufpassen darf ich auf wechselnd umstellen jetzt wo ich das so spontan mache ich hatte eigentlich vor auf nicht wechselnd zu machen aber jetzt wo ich so spontan hier drin bin ohne kann wir stellen auf wechseln ich finde mit wechseln das ist auch nein dann spielst du doch selber du hast ein bisschen The Longing gespielt Longing ist ein großartiges Spiel Bernie wie dann habt ihr mein Spiel gegeben und jetzt spielst du noch nicht mal ne Y Flammensaal Gott sei Dank habe ich Quajutsu an erster Stelle ich dachte es ist jetzt hier Wasser Hachira Hachinko Oh yeah Machen wir alles First 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 Hit Vielleicht ich muss irgendeine Wasser Fähigkeit Schutz irgendwas haben Nicht jedes kann durch Surfer jetzt sterben das kann nicht sein Okay 63 fängt es an also so meine restlichen Pokémon sind definitiv nicht über level nur Quajutsu das wird nicht geschenkt Fiaro ist jetzt wahrscheinlich nicht First Try weg Sie gehört zu Team Flare Nein Lügt doch nicht Bringt ihr Patreon oder Twitch mehr Patreon bringt mir tausend Mal mehr Patreon ist 95% Twitch ist 50% Immer Patreon wenn es ihr darum geht tatsächlich finanziell zu unterstützen aber ich freue mich über beides Hurtel Hurtel ist erst recht weg Nummer 3 Alle wieder nur 4 Pokémon Top 4 und 4 Pokémon ihr nehmt das zu wortwörtlich Skilabra Schweizer Konto 100% No 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 Das war wirklich jedes Pokémon First Try mit Surfer Nicht mal irgendeins was gegen Wasser ankommt Ok Ja ich habe ja auch von Gen 5 habe ich ja viel erwartet von den Top 4 und die waren auch so unfassbar einfach Ok Das nächste war Verteidigungssaal Was haben die denn dann Pflanze Wasser Das kostet jedes Mal so viel Strom wahrscheinlich Hast du Stahl Das ist Stahl oder Der muss Stahl haben Aber Fiaro Ne Mach Pandrago Zebrafloh Du bist ein Goldking Ich finde Goldking ist unterrepräsentiert Wo haben die alle in unterschiedlicher Musik Thymelot Thymelot Thymian Thymelot Nope Ist die gleich Ok Clefki kriege ich glaube ich hin Wobei du bist eine Fee Ok Hätte ich doch Fiaro nehmen sollen Das geht schon Aber fester schlagen Fester Ok ich nehme Fiaro Schnell 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 Nein 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 Fiaro wäre so viel besser gewesen Viermal so wie Schaden kassiert Ich bin kleinen Schlüssel Harit Was Rum Komm Hypertrank macht der Ach Folterknecht Och Nee Ey Ok Du machst doch Safe Taub Genesung Kann ich jetzt Wie lang hält Folterknecht Nicht lang Achso Folterknecht ist einfach wirklich nur zweimal hintereinander nicht das gleiche Ich dachte das Ja Aber Ja Macht Sinn Ah Teezy Dankeschön Dankeschön für 300 Bits Teezy Dankeschön Hast Hast du einfach das shiny Ditto gekauft Komm Stahlflügel Achso Schon wieder Top Genesung Was ist mit dem Er setzt komplett auf seinen Clef Key Klavion Klavion Volltreffer Kommt mehr als zwei Top Genesungen geht nicht Boom Gut jetzt bitte was einfacheres als ein Clef Key Wer ist mit einem Voluminas Ach Shit Komm schon dann Robust Hals also klar Nein Ist ok Ist ok Nein Ich glaube jedes Mal wenn ich paralysiert sein konnte war ich paralysiert Jetzt ein Panda das wär's wenn was nicht quetschbar ist dann glaube ich Voluminas ok 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 alles noch gut weißt du wie man die Münz Form von Gearspenst mit eigener OT bekommt ja indem du es dir einfach holst gib Gearspenst auf Poké Wiki ein und dann wird dir dort gezeigt wo du Gearspenst bekommst und dann fängst du das in Pokémon Go Durengard Komm der hat doch bestimmt nicht Dunkelklaue und ich bin doch bestimmt schneller ich mache doch bestimmt eine Volltreffer Dunkelklaue jetzt sehr viele Ifs Felix Schild ok ist ein Problem warum ist der schnell leisig und verschämt seid ihr etwa EV trainiert ok König Schild kommt wahrscheinlich immer als erstes drin deswegen ich dachte das wird stärker sein es kann auch Dunkelklaue warum ist das so viel besser du asso du asso ich war ein Level höher ok das zeigt glaube ich dass die top 4 mons tatsächlich trainiert sind im Vergleich zu meinen wow gleiche attacke einfach fiaro definitiv schneller und jetzt kommt der volltreffer nitro wow das hätte ich zuerst machen sollen man war mein Durangard viel schlechter als seins wow scherox okay easy jetzt aber wirklich viermal so wie schaden warum warum überleben du vorsicht vorsicht geht schon geht schon geht schon solange du jetzt nicht irgendeine krasse Eis Stein Attack gemacht gegen mich mache ich Antikraft oder Eisstrahlen ist nicht Bios gut gegen Käfer ist Eis nicht ist Eis gut gegen Käfer ich mache Eisstrahlen ist Eis gut gegen Käfer ich fände es logisch wenn Eis gut gegen Käfer was ist mit dir ich setze belebe ein wenn Quatsch stirbt also das lasse ich nicht zu aber es wird verlieren oder es macht jetzt irgendeine Attacke wird es doch wohl machen dass Quatsch um kommt mal Paralysation reicht Katapult ich habe keinen Stab Warte Käfer ist gut gegen Psycho ich mache einfach Surfer komm du überlebst was auch immer ist fort Kreuz Schere easy oh Mann ey Käfer gut gegen Unlicht ja die Details muss man doch jetzt nicht besprechen das ist ja unfassbar jetzt das war alles nur das Klefki war schuld oder das Klefki war schuld habe ich keinen Top geleber doch warum ist Fiaro drauf gegangen was war das für eine Attacke das war einfach schon halb weg was sollte Fiaro das das Fiaro Scherox nicht one shot ist krass finde ich ja die Verteidigung ist gut von Scherox trotzdem der fette Onkel ist mein V1 Sklave ich wusste nicht dass die Top 4 schon passiert bin einfach durch gegangen und dann war ich auf einem Kampf natürlich hätte ich Grabit nicht ins Team genommen so auch einfach Problem ist dass ich nicht genug belebe habe glaube ich um mein Team wieder zu beleben doch 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 ich sollte zuerst schauen was als nächstes kommt aber ich muss eh alle wieder beleben peinlich also wir kriegen auf jeden Fall noch einen Drachen Trainer und die Frage ich gucke erstmal was kommt und dann schauen wir wen wir Tränke geben peinlich war voll krass wie Fiaro den weg gemacht hat aber zuerst Amagarga nehmen also gegen Drache ist allein Amagarga wahrscheinlich auch Eisstrahl trifft glaube ich nicht zu 100% okay da ist Drache glaube ich eventuell könnte es aber auch Fee sein wenn man die Augen zukneift könnte es auch Fee sein ein bisschen ein Duft ein Rauch Hypertrank definitiv Amagarga wegen Eisstrahl und ja gegen was ist Drache gut nur Drache Hammer nicht Eis und Fee ist gut gegen Drache wir haben kein Fee wir haben aber Eis was ist nicht gut gegen Drache die Elemente Feuer Wasser Pflanze also Quajuzo mit Wasser nicht so gut Fiaro mit Feuer nicht so gut dann kommt wahrscheinlich so kack wie was kommt denn eigentlich muss taktisch überlegen was könnte kommen definitiv Ohafnir da ist Eisstrahl halt richtig geil dann Gudra Viskogon da ist Eisstrahl halt auch okay und sonst halt nix gegen Gohafnir können wir wenigstens noch Sonderblitz machen oder Stein ich kann mir vorstellen dass er ein Tyrannita hat vielleicht sogar auch ein Amagaga aber wahrscheinlich eher sowas wie Trikephalo Maxax und halt Uhafnir und Viskogon ich glaube nicht dass er etwas nimmt was wie ein Drache aussieht aber Tyrannita ist Viskogon Gift ne Viskogon sollte Gift sein aber es ist nur Drache was Quatsch ist vom Aussehen her Tyrannita würde auch Sinn machen wenn er es nimmt ich kann mir vorstellen dass er kein Fossil hat sondern dafür Trikephalo und Maxax oder sowas Axax war halt vorhin schon bei einer Astrainerin können auch ein Seedraking haben Seedraking wäre auch schwer für mich zu besiegen naja wir fangen an trotzdem mit Amagarga und wir versuchen Amagarga am Leben zu halten während dem ganzen Kampf Durengard kann halt zumindest es gibt ich glaube nicht das in Geist Drachen einsetzt aber ich kann trotzdem halt Stahl Attacken machen und Geist Attacken ich würde jetzt gerne sagen Durengard hält viel aus aber das hat gerade irgendwie nicht so viel ausgehalten Pandrago weiß ich nicht ob das Sinn macht in dem Kampf Quajutsu ist wenigstens ein hohes Level im Ende muss ich eh alle heilen oder weil es geht ja noch weiter okay aber grab it machen wir nicht weird dass sie nur 4 months haben ja aber das ist seit Gen 3 glaube ich inzwischen so dass die nur 4 haben warte ich habe nicht einmal gaga an erster Stelle gemacht oder ne doch ich habe es nicht gemacht egal gibt es noch einen Geist Drachen neben Giratina ich glaube nicht deswegen habe ich ja gemeint ich glaube nicht dass sie einen hat erst Gen 5 war 4 Pokémon oh tatsächlich ist das ein Drache ich dachte es ist nur Gift Wasser aber es sieht aus wie ein Drache das ist doch kein Drache oder das ist doch Wasser Gift aber es sieht halt aus wie einer das wollte ich schon fast sagen dass das Handrag auch dran kommen könnte es ist Drache ich weiß nicht was gut gegen Gift ist außer Boden ist Kampf gut gegen Gift ich glaube Kampf gut ne Psycho ja Kampf nicht okay äh blöd ist okay ist okay wir nehmen jetzt ich nehme an dass er nochmal Matschbombe macht weil es gut war deswegen nehme ich jetzt Durengard was resistent gegen Gift ist und die Drachenattacken werden mir nicht wehtun ganz einfach tada kalkuliert und dann machen wir ich mache einen Schwertanz weil ich cool sein will warum sollte Donald wird stark sein okay Gott sei Dank aber ich bin natürlich immer wenn ich paralysiert sein kann bin ich paralysiert in diesem Spiel jedes Mal das gibt es doch nicht dann mache ich jetzt auch trotz nochmal Schwertanz du kannst mich mal wenn ich jetzt angreife dann aber richtig hart dummes tier das ist ja so wirklich wenigstens ist das anscheinend die beste attacke die es hat komm sei hart sei stark yes volltreffer jetzt kommt volltreffer okay 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 jetzt können wir gechillt vielleicht auf einmal garga wechseln denn jetzt kommt ein das soll nicht raus movem ist dann all der angriff weg oder oh oh gott amagaga ist eis feuer ah amagaga ist sicher schneller als oh hafni oder safe du überlebst jetzt es macht super zahn mein eisstrahl wird dich so vernichten jetzt ich wäre so sauer gewesen wenn es noch am leben wäre ich sauer gewesen es hätte mich als ich wäre drauf gegangen durch flammen wurf glaube ich ich wäre so weg gewesen vielleicht auch nicht ganz super zahn ist schon auch gemein schadrago ist nur drache ich muss hier bleiben ich muss einfach eisstrahl hoffen dass ich es machen darf ich glaube nicht dass der durch einen eisstrahl weg geht aber vielleicht friert es ja ein ich darf zuerst schadrago langsamer drache vergeltung okay chill ruhig ruhig vergeltung kampf dann verstehe ich was kannst du was kochitz so wehtun könnte nix ey ich muss noch zwei kämpfe machen und ich hab keine items mehr mama gaga ist neutral zu feuer wegen gesteinstyp ah okay na dann komm er hat noch keinen hyper trank eingesetzt das könnte jetzt noch nervig werden oder top genesung altaria das hat vorhin echt das war echt nicht gut bei kajutsu das war da hätte ich jetzt gern amagaga soll ich pandagro draufgehen lassen und dafür amagaga wiederbeleben pandagro ist halt sofort weg bei einer flugattacke fiaro kann nix tun gegen altaria und kajutsu auch nicht ich opfere pandagro um meinen amagaga wiederzuholen vielleicht kriege ich ja eine attacke oder so soll ich top beleber machen soll ich meinen letzten beleber eins wie ich kann ich schaff das nicht es ist nicht möglich ich muss die sparen mit knirscher habe ich wenigstens die chance dass es zurückschreckt komm schon schreckt zurück schreckt zurück du sack ich habe keine chance den kampf schaffe ich aber ich habe keine beleber mehr ich muss jetzt mit drei pokémon den nächsten kampf machen und dann kommt noch der rivale und drache war eigentlich das einfache ähm ach fuck ich habe stahlflügel stimmt dann hätte ich das ja schon längst machen können aber stahlflügel hätte er auch nicht hätte er wahrscheinlich auch nicht gewonnen nee es kann gesang ist mir aber egal okay nein es ist im roten bereich nein kaum volltreffer please das war kein volltreffer ich schaue mal was nitro ladung macht oder akrobatik eher flug gegen flug lieber akrobatik komm akrobatik stark oh warum warum so stark oh warum so stark okay das war ja einfach aber es liegt nur daran dass ich dumm bin dass ich einfach den kampf mit pandagro gestartet habe anstatt mit amagalga und so weiter ich starte einfach den kampf ohne irgendwas vorzubereiten wieder tschüss kannst du mich heilen bitte please du warst so nett okay was kommt jetzt ich gucke was jetzt kommt und dann wer ist eigentlich der rivale schauen wir mal tromato 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 das ist mit porenta gespielt und akrobatik geil rennt rennt da auch so also underrated hä was ist das oh eventuell wasser das ist ja krass okay 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 eventuell ein beleber ich meine ich habe amagaga mit donnerblitz yes geil jetzt wäre sogar mein holzgeweih von mehikel geil äh von chevrum geil aber ich musste ja unbedingt grab it als vor allem sklaven ins team nehmen anstatt mein chevrum chevrum amagaga hält halt auch nicht gut gegen wasser stand weil gestein wasser hat sonst keine schwäche mehr ich kann nur annehmen was für pokémon kommen und es könnte sein dass ein quajutsu kommt ich glaube es aber irgendwie nicht ich glaube nicht dass sie starter haben tandrak war gerade schon da ich weiß dass er wummer hat definitiv wummer wummer ist wasser unlicht oder nur wasser ich nehme jede hilfe an ich glaube wasser unlicht wasser stahl wasser unlicht äh iskala definitiv das ist unlicht das heißt wummer ist nicht auch wasser unlicht wummer ist glaube ich echt nur wasser garados hat er auch garados ist halt donnerblitz und vielleicht one shot iskala ist unlicht das heißt da wäre fe gut haben wir nicht das heißt da wäre ja thanatora wahrscheinlich auch da können wir sogar wasser dagegen machen weil es ist doch wasser gestein oder oder ist es wasser käfer ne ist es wasser gestein garados wummer iskala und thanatora wahrscheinlich sonst haben wir nix donnerblitz ist glaube ich echt nur gegen garados gut ich muss schauen was wummer ist aber ich glaube wummer ist nur wasser ja nur wasser okay dann was ist thanatora moment iskala ist unlicht ja da kann ich pandagro machen gegen iskala und thanatora ist gestein wasser da kann ich wasser machen zum beispiel die frage mit wem zuerst kommt ich glaube er kommt zuerst mit wummer weil wir das noch gar nicht hatten im spiel die anderen hatten wir glaube ich so hier und da mal so ein bisschen ich kann mich auch erinnern bei der nasslock hat mich sein wummer umgebracht hier bin ich beim ersten mal dass ich x gespielt habe als nasslock hatte wummer mein team gewiped aber selbst selbst donnerblitz von amma gaga wird dieses ding nicht umbringen aber ich brauche trotzdem amma gaga wegen donnerblitz und jetzt habe ich nur noch einen top beleber zwei top beleber okay das heißt ich kann alle top beleben aber vielleicht muss ich mir den top beleber auch sparen für ein anderes pokémon während dem kampf aber ja pandagrow wegen iskala durengard god der rival ich habe keine chance ist klar zwei typen ja wasser und licht mit sonnerbomons kann man auch wieder beleben stimmt nur habe ich dann einen kp gell guter punkt okay 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 durengard hat in dem kampf licht was ist ich habe fünf sonnerbomons schauen wir mal durengard level up zwei kp haha das wusste ich wusste das nur ich hätte niemals daran gedacht jetzt tafel wasser mir gehen halt auch die tränke einfach aus übertrank für durengard tafel wasser für mama gaga ich muss mal hier kurz ordnen vielleicht schaffe ich das irgendwie diesen diese topf hier jetzt durch zu schaffen irgendwie okay ich habe nur noch die und habe ich nicht noch irgendeinen saft oder so nein krass ich habe nur noch einen übertrank und vier top genesen okay die spare ich mir für den kampf ich fange an mit fiaro ist halt unnütz in dem kampf ich glaube ich fange an echt mit durengard und hoffe dass wummer selbst wenn wummer eine kampfattacke hat trifft es mich nicht selbst wummer wird keine feuerattacke haben also sollte ich als durengard safe sein außer es keine psycho attacke wummer kann glaube ich keine psycho attacke ich glaube durengard und dann einmal schwertanz und dann einfach geist oder so einfach eine starke attacke auf den oh ich habe überreste ich habe überreste ist überreste nicht geiler als warte mal sehe ich hier was es trägt nee pandagro hat kampf geist magaga hat gestein ich setze kein gestein ein ich gebe amagar gar überreste ich setze die stein attacke von amagar gar nicht ein außer ich könnte natürlich antikraft machen auf gar das aber das bringt weniger als donner blitz glaube ich stab versus stab aber dafür nicht vier mal ich könnte jetzt speichern und das so oft probieren bis ich schaffe aber das machen wir nicht das ist jetzt hier alles first try und wenn ich schaffe geil und wenn nicht dann gehen wir vorbereitet rein und dann wird es kein Problem sein wir sind halt so unvorbereitet jetzt hier rein aus versehen ich dachte ich kann noch zurück aber ich konnte nicht mehr zurück ok ok schau schau wir mal gut schon spielst du jens zum ersten mal ich war sie ich hab sie einmal schon durchgerusht als nass log ist ist jetzt einfacher weil ich dir zugestimmt habe ist du jetzt das woma weg aber in der Liga drin kommen wir nicht mehr raus ich wusste nicht dass ich in der Liga drin nur weil ich in den Eingangsbereich gehe Tschüss Maure Dieven Roma kann finster Aura jetzt sag doch nicht sowas ähm warte mal wie war das Sanktuklinge ist doch stärker 90 70 soll ich mich ein Schwertanz trauen oder soll ich einfach nur hoffen dass es weil wenn es echt finster Aura kann dann ich mache eine vielleicht reichen ja zwei Sanktukling Sanktukling ist stark ich bin schneller alles gut komm hau richtig rein okay okay das kann wirklich finster Aura Alter Mann lass lass doch wenigstens ein bisschen übrig du musst auch nicht komplett geskillt sein auf finster Aura kackfiech ich überlege ob ich mit Fiaro jetzt angreife einfach um anderes Pokémon noch zu schonen was kann der denn gegen Quajutsu ausrichten gegen Pandagro kann er auch nichts machen glaube ich er kann kein flug der kann kein psycho er kann keine fee hoffentlich Aurasphäre warum sollte Aurasphäre gut sein gegen Pandagro achso gegen Kajutsu ja aber der auch nicht aber ich bin doch auch selber und Licht habe ich da nicht macht es nicht wieder neutral kannst du mir bitte auf den Text umantworten nein wie du siehst bin ich etwas beschäftigt gerade Janik bitte geh zurück zu deinem TikTok Mariko du bist ein dickes Geosali Ding ich gehe ich gehe okay nicht höre die mittel techn effektiv gegen unlicht ... ... ... Aber ich muss hoffen, dass es rückschreckt. Oder weg ist. Oh, gut. Okay, okay. Uiuiui. Stami? Okay. Lass ich jetzt meinen Knirscher oder nehme ich Quajutsu? Knirscher ist halt geil wegen Zurückschrecken. Stami? Das heißt, er hat keinen Tantora. Wieso sollte er einen Iskala haben? Warum sollte er keinen Iskala haben? Ach, Iskala ist nicht Wasser. Ach, stimmt. Das hat mich damals schon so geärgert, dass Iskala nicht Wasser und Licht ist, sondern und Licht-Psyche, oder? Ich knirsch, Stami. Alles überlebt safe und Knirscher. Oh, es kann Zauberschein. Warum kannst du Zauberschein? Ja, weil Leute gegen Stami und Licht einsetzen. Meine einzige Chance ist, dass Quajutsu jetzt schneller ist, natürlich, und es einfach weg macht. Halt. macht Stami einfach Zauberschein. Das ist so ein, so ein Quatsch. Oh, meine Fee, die eingeführt wurde. Komm schon! Okay. Volltreffer. Okay, gut. Wir haben noch eine Chance. Tantora. Tantora ist... Da kann ich Surfer machen. Es wird's nicht killen. Aber Tantora ist auch sowas, was vielleicht dann eine Pflanzenattacke kann oder so, oder? Okay. Es sollte zumindest eine gute Stärke haben, die Attacke. Oder? Ja. Kreuzheap? Kein Problem. Fuck! Unlicht und Käfer. Trotzdem, weg mit dir. Bist du bei den Top 4? Ja. Das war Scheinjus. Okay, noch eins. Ist das jetzt wirklich Garados? Tatsächlich. Kein Iskala, aber ein Garados. Soll halt Kalamanero nehmen. Okay, ich vertraue jetzt auf Amagaga. Das wird aber nicht zuerst angreifen. Garados ist sackenschnell. Aber ich bin 66 und er ist... 63. There is a chance. Und Bedrohr ist mir egal. Donnerbitz wird nicht killen. Wichtig ist, dass ich einfach dran komme. Ich habe Angst, nicht dran zu kommen, weil er vielleicht Hydro-Pompe macht. Irgendein Drachentanz. Okay. Okay. Mach das danach einfach nochmal bitte. Dann sollte ich es haben. Komm schon. Oh! Oh! Trotz... Es war ein Volltreffer. Wegen dem Volltreffer. Das... Ohne Stab hätte das niemals umgebracht, glaube ich. Okay, 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 okay. Wir haben jetzt noch einen Champ, aber ich habe noch Sonderbonbons. Das ist so dumm. Das ist ungefähr die einfachste... Einfachste Top 4 zu besiegen und ich war zu blöd, mich vollzubereiten. Ich war nicht blöd. Es macht keinen Sinn, dass ich in eine Top 4 einfach reinlaufen kann, ohne dass da jemand steht und sagt, hey, hier geht die Top 4 los. Da war einfach ein schönes Haus, wo ich reingegangen bin. Top Beleber. Ich mache alle, oder? Ich habe keine... Ah! Wen brauche ich am ehesten? Weil die anderen kriege ich vielleicht nicht komplett hoch auf. Weil ich habe vier... Doch, ich kriege alle voll eigentlich. Ich muss alle voll kriegen. Ich weiß nicht, ob ich alle voll machen sollte oder lieber im Kampf noch mich korrigieren kann. Ich werde auf jeden Fall Fandagro benutzen. Okay, die anderen muss ich mit Sonderbonbons... Ich habe übrigens auch AP Plus und Carbon und alles, ne? Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Okay, das war's. Grabbit lassen wir tot. Obwohl es... Okay, okay. Wir geben Grabbit ein Sonderbonbon einfach, damit es... Weil ich glaube, ich kann Sonderbonbons nicht im Kampf einsetzen. Das heißt, wenn, dann jetzt. Und dann kann ich Grabbit einsetzen, um anderes zu heilen. Grabbit das Opfer. Äther? Irgendwo ein Äther? Aber ich habe nicht so viele Attacken eingesetzt. Das waren... Das passt schon, glaube ich. Und... Ah, ich habe sogar vier Top-Genesungen. Okay. Okay, wir heilen einfach die zwei und dann habe ich noch zwei Top-Genesungen. Und einen Hübertrank. Und Amagaga kommt zurecht im grünen Bereich. Passt schon. Halunke. Hallo. Dankeschön für deinen Prime. Soll ich speichern und es mehrmals probieren jetzt? Ist ja so schade, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Ne, ich ziehe es durch. Für das, dass du nicht vorbereitet bist, läuft es doch nicht schlecht. Naja, ich bin auf den... Ich habe quasi keine Heilung mehr. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was ich an erster Stelle tun soll. Aber ich nehme einfach mein stärkstes Quajutsu. Okay. Okay. Lichtzahl ist das Fee. Rivalen sind nie eine Sache. Rivalen sind alles. Aber ich schätze, natürlich wird da eine Fee drin sein. Dann habe ich Durengard. Ich kann nicht wissen, was als erstes kommt. Außer ich gucke nach. Aber ich gucke nicht nach. Es wird halt jetzt... Ich glaube, da ist ein Tyrannitar dabei. Ich glaube, da ist ein Durengard dabei. Ich glaube, weil Tyrannitar haben wir, glaube ich, kein einziges Mal im Spiel bisher gehabt. Ach, die! Die wurde einem am Anfang vom Spiel vorgestellt. Stimmt. Diantha. Du hast mit dem Bösen geredet. Du hast Mitschuld. Mitgehangen, mitgefangen. Champ, der Pokémon-Liga. Wow. Okay. Haltera. Ey, okay, okay, okay. Kampfflug. Habe ich jetzt per se nichts dabei? Also nix. Also jetzt Quajutsu jetzt. Aber ich kann Sondersensor machen. Ich habe kein... Ich habe... Und ich kann Katapult machen. Beides hat kein Stab. Was ist eigentlich stärker? Sondersensor 80. Katapult ist, glaube ich, 60. 50 bloß. Warum habe ich das überhaupt? Okay. Sondersensor sollte doch gut sein. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht killen, aber... Ich glaube nicht, dass Rassladero... Oh doch. Okay, 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 okay. Ich meine, ich bin ein bisschen überlevelt. Okay. Hat die auch noch vier. Die hat jetzt aber sechs, oder? Weil die nimmt es ernst. Die nimmt die Sache ernst, glaube ich. Viscogon? Ein bisschen wechseln. Ist Viscogon schneller als Amagaga? Ich glaube, Amagaga ist schneller, weil ich höheres Level habe wahrscheinlich. Aber ich kann nicht wirklich was anderes machen. Alles andere wäre einfach... Ich muss hoffen. Amagaga kann wenigstens Eisstrahl. Aber ich glaube nicht, dass Eisstrahl sofort killt. Es ist ein gleiches Level. Viscogon muss so langsam sein. Komm, lass mich zuerst. Oh, es macht Kampf. Warum? Ich weiß warum. Aber es ist Kaka. Okay. 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 Alles ist gut. Alles ist gut. Durengard. Kann stark sein. Pandagro. Was kann die denn? Ich glaube, ich mache Pandagro. Dann einfach knirschen und hoffen. Dann kann der einfach Fokusstoß. Komm. Knirsch dich durch. Es ist schneller als Pandagro. Chill. Oh. Warum schreckst du nicht? Also, das bringt jetzt auch nichts. Ist mir klar. Also, wegen der weniger Verteidigung wäre es jetzt, glaube ich, weg. Aber das wird sicher noch mal Fokusstoß machen. Scheiße. Ich kann hoffen, dass es Fokusstoß macht und auf Durengard wechseln. Ich nehme es sehr stark an, dass es noch mal Fokusstoß macht. Weil, weil die ist smart. Die würde nichts machen, was mich am Leben hält. Die könnte schwächere Attacke machen, aber auch da. Die würde die stärkste Attacke immer machen, die in dem Moment richtig wäre. Also, sie macht noch mal tatsächlich neben Durengard. Um allein einfach, um das zu überleben. Ciao. Ha. Noch wie vorhin. Jetzt ist die Frage, was du noch kannst. Ähm. Ich mache einfach Sanktoklinge und hoffe, dass ich, ich glaube, zweimal Sanktoklinge und ich habe es, aber sechs Pokémon. Wenigstens darf ich jetzt mal zuerst. Komm, Volltreffer. Hohoho. Das war nicht mal ein Volltreffer. Ey, Sanktoklinge, so gut. Okay, easy. Sturzflug. Jetzt lernst du Sturzflug. Vielleicht. Letzte Chance. Anstatt fliegen. Es wird nicht gehen. 120. Akrobatik ist im Moment 110. Das bringt nicht mal was. Das bringt, es ist 10 mehr und dafür nehme ich es auf wie Schaden. Nee, und ich müsste Stahlflügel mir entlernen. Nee, das mache ich. Monagoras. Told ya. Ich habe es immer Tyrannital genannt, aber ich meinte natürlich Monagoras. Monagoras ist Gesteinboden? Gesteinunlicht? Ich muss gucken. Das erlaube ich mir zu gucken. Ich gucke nicht, was für Pokémon sie hat, aber was das sind. Monagoras ist, glaube ich, Steinunlicht. Es ist Drache. Warum hatte der Drachentrainer den nicht? Okay. Gestein Drache. Ja, schön, mein Eisstrahl ist eh weg. Gestein Drache. Der Drache kann mir nix, das Gestein kann mir eigentlich auch nix, also Durungart. Aber meine Sanktoklinge ist gut gegen Gestein. Wir bleiben. Stay. Ich sollte schneller sein, wobei, vielleicht auch nicht. Wir Sanktoklingen. Kajutsu wäre auch vielleicht gegangen. Komm, 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 komm. Okay, Knirscher. Überleb. Es war so klar, dass es knirscher ist. Warum überlebst du nichts? Ich weiß, weil es in der Angriffsform ist, aber trotzdem. Okay, Kajutsu wäre besser gewesen. Ja, weil es in der Angriffsform ist, aber Sanktoklinge hätte auch besser sein können. Der Titankiefer. Ja, ich hätte wissen sollen, dass er Knirscher kann. Natürlich kann er Knirscher. Okay, aber das ist jetzt weg. Ich habe keine Beleber mehr. Ich kann, alles was weg ist, ist weg. Erdbeben wäre auch krass gewesen, aber es hat bestimmt Erdbeben. Jetzt kommt Amagarga. Amagarga. Fiaro ist schneller als Amagarga. Fiaro kann halt eine fette Feuerattacke machen. Dadurch wird wahrscheinlich Amagarga aber nicht weg sein. Ich kann ihn spülen mit Surfer, aber ich glaube nicht auf einmal und dann wird Amagarga wahrscheinlich vielleicht kann es Donnerblitz. Meins kann Donnerblitz. Aber ja, Quajutsu sollte es überleben. Außer Amagarga macht es irgendwie so Weiß ich nicht. Nahkampf. Hey Dave. Das andere wäre Fiaro. Und Fiaro würde halt Antikkraft wahrscheinlich nicht überleben. Aber Fiaro wird auch es nicht umbringen, weil ich glaube, im Gestein ist es nicht doppelt Schaden. Ich habe nicht mehr so viele Surfer. Okay, wir surfen. Komm, hau weg, hau weg. Okay, okay, okay. Ich unterschätze den Surfer und dass mein Quajutsu so krass höheres Level hat. Okay, wie sind es noch zwei? Pump Gin? Ja, jetzt hätte ich gerne noch meinen Duren gehabt, ne? Pump Gin ist ein Geist, das heißt, ich kann Nachthieb machen. Sollte auch passen, oder? Ich meine, es kann wahrscheinlich eine Pflanzenattacke, aber ich nehme jetzt mal an, dass ich es One-Shotte. Außer es kann irgendwas. Ich hoffe nicht, dass es irgendwas kann. ich glaube eher, dass mein Nachthieb es einfach jetzt umbringt. auch hat jetzt irgendeine Überraschung. Oh, die Überraschung, die Überraschung, nein, stopp, 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 oh mein Gott. Das war aber keine Robustheit, aber das war gemein. Ein KP, asozial, asozial, nein, das macht jetzt eine scheiß Top-Genesung. Aber das macht nichts, ich habe genug Nachthiebe. Wehe, ein Nachthieb geht daneben. Top-Genesung. Hier ist Top-Genesung besser, als wenn es jetzt woanders noch kommt, die scheiß Top-Genesung. Vom Highroll, nein, nochmal Top-Genesung, wir können das lange machen. Ich könnte auch, wenn es jetzt nochmal passiert, nee, mehr als zwei hat sie nicht. Ich hätte die Situation ausnutzen können und mich heilen können. Dann hätte ich danach nochmal angreifen können, weil ich bin schneller. Fuck. Ich hätte die Situation ausnutzen müssen und mich heilen müssen. Ah, nein. Aber es hat maximal zwei, oder? Ich meine, es gab mal Arena-Leiter, die haben drei Genesungen, aber ich schätze, sie hat nur zwei als Gen-6. Nein, ich hätte es machen können, ich hätte mich heilen können. Heel hätte nichts gebracht. Warum? Fürs letzte Pokémon. Sie hat nur noch zwei Mons. Ja, und vielleicht brauche ich ein geheiltes Quajutsu für das letzte Mon. Klar ist Heilung, Heilung, also mehr als drei hat sie safe nicht. Okay. Aber da hätte es doch wieder Schaden genommen. Nein! Sie heilt sich, ich heile mich. Nächste, achso, weil es volles Leben hat. Ihr habt recht. Ihr habt recht, es hätte ja volles Leben gehabt und dann hätte es mich wieder angreifen können. Ihr habt vollkommen recht. Okay, 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 okay. Gut, dass ich es nicht nachgedacht habe. Okay, okay. Jetzt das letzte. Gardevoir. Gardevoir ist Fee Psycho. Oder? Gardevoir ist Fee Psycho. Das heißt, es killt mich mit einer Fee Attacke. Das heißt, es killt Pandagro mit einer Fee Attacke. Nur Fiaro könnte eine Attacke überleben, solange es keine Wasser- oder Gesteinsattacke hat. Und ich glaube nicht, dass Gardevoir Gardevoir könnte sowas wie Antikkraft haben, aber Gardevoirs Mondgewalt könnte auch einfach stark genug sein, um Fiaro wegzuhauen. Ich könnte auch, also ich weiß, dass ich schneller bin im Moment, Quajunzu ist definitiv schneller als Gardevoir. Das heißt, ich könnte zumindest eine Attacke, machen. Weil Quajunzu wird ich könnte Quajunzu, also wenn ich Quajunzu einsetze, wird es sterben, wenn es eine Feenattacke macht. Sofort. Weil bis jetzt ist Quajunzu bei jeder Feenattacke sofort drauf gegangen, einfach. Glaube ich. Feuer Resistent Fee. Nach Surfer. Pandrago Urano Quajunzu zu heilen. Wie Feuer Resistent Fee. Warte, was? Du meinst, ich würde auch Akrobatik machen. Also Akrobatik ist die stärkste Attacke mit 110. Ich hätte natürlich, ich würde Akrobatik machen. Ja, ich erinnere mich, Fee nimmt keinen Schaden durch Feuer. Ist jetzt die Frage, ob ich Pandrago nehme, Quajunzu heile, dann stirbt Pandrago, ich setze Quajunzu ein, mache Surfer, dann stirbt Quajunzu und dann setze ich Fiaro ein und mache Akrobatik. Das hat keine Top-Genesung mehr, das sollte funktionieren. Oder ich setze jetzt Surfer ein, es kommt aufs gleiche raus, ne? Ob ich jetzt surfe? Ich glaube, jede Feenattacke wird Quajunzu killen. Das heißt, ich muss dieses Pandrago Ding gar nicht machen, weil dann verschwende ich eine Runde. Wenn ich Pandrago hole und mich heile, verschwende ich eine Runde, in der Pandrago angreifen könnte. Weil alle drei sind wahrscheinlich schneller als Gardevoir. Ich mache jetzt Surfer, dann Kampfattacke oder eine Knirscher, ne? Keine Ahnung, Bodyslam und dann Akrobatik. Okay. Mach ich Surfer oder mache ich was anderes? Fährte. Jetzt hat es Sturzbach. Was ist Sturzbach nochmal? Steht das hier? Ich weiß, das ist meine eigene Fähigkeit, aber ich weiß doch nicht, was ich kann. Erhöht in Notfällen die Stärke von Wasserattacken. Ja, okay. Das bringt dir, glaube ich, nichts. Mach ich Surfer? Ja, das ist meine Stärksattacke. Wenn ich nicht schneller bin, dann Oh, da war was. Oh, nein. Da war was. Das dritte Mega-Pokémon in diesem Spiel. Oh, nein. Hat es jetzt viel mehr Verteidigung? Ah, locker. Okay, okay, Mondgewalt. Wer hätte es gedacht? Okay, okay. Deswegen, Top-Genesung, das Pump-Gen Top-Genesung eingesetzt hat, war super. Sonst wäre das jetzt ein richtiges Problem hier gewesen. So, ich mache wirklich Fiaro und kommt als Letztes. Mandago schafft es vielleicht auch schon. Es bringt halt, Kampf bringt nichts und Knirscha bringt auch nichts, ne? Ne, Body-Slam. Vielleicht killt Body-Slam, aber ich bin nur 63, vielleicht ist Gardevoir schneller als ich. Fiaro muss schneller sein. Ja. Okay. Dann hätte ich Pandago doch benutzen können, um was anderes zu heilen, aber Heilung hätte nichts gebracht, glaube ich. Okay, Fiaro muss jetzt zuerst Akrobatik machen. Und Akrobatik sollte killen, weil es macht 110 Schaden, aber ich bin vier Level schwächer. Fiaro könnte zu langsam sein. Gardevoir kann aber... Knirscher, ich hätte Knirscher aber erst war, ist egal. Pascal, hallo, Dankeschön, Pascal, für dein Tier 2. Dankeschön. Also das Einzige, was ich machen kann, ich meine, ich könnte noch, Moment, ich habe Stahlflügel. Fiaro ist sauschnell, aber ich bin vier Level schwächer. Ich kann auch Stahlflügel machen, dann habe ich keinen Stab. Mach fliegen, das bringt ja nichts, Fliegen ist Akrobatik, wenn dann. Akrobatik ist 110 Schaden. Und hat Stab. Stahlflügel hat Schwäche, aber dafür kein Stab. und nur 70 Stärke. Ne, Akrobatik, wir müssen Akrobatik machen. Bitte sei schneller. Ich bin schneller. Ha! Ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht. Easy First Try, Top 4 und Rivale ohne vorbereitet zu sein mit einem VM-Sklaven im Team. Ah! Es wäre nicht allzu peinlich gewesen, wenn ich es jetzt nicht geschafft hätte, weil ich war wirklich nicht vorbereitet. Aber und ich habe auch wirklich schlechte Entscheidungen getroffen zwischendrin. Aber da sieht man, wie einfach man Gen 6 doch durchspielen kann. Ich habe nie Level trainiert. Ich habe nicht mal die Pokémon dabei gehabt, die ich dabei haben wollte. Ich hatte einen VM-Sklaven dabei. Ich habe nicht mal Items davor eingekauft. Ich habe gerade so die letzten Beleber genommen, die ich hatte. Ich habe Sonderbonbons genommen, um mich wieder zu beleben. Also es zeigt glaube ich nur, wie einfach Gen 6 ist. Und es zeigt natürlich immer noch, wie schlecht ich in Kämpfen bin. Jetzt kommt noch der Rivale. Nein, 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 nein. Das war's. Amagaga hat nicht so viel gerichtet, glaube ich, oder? Amagaga war nicht so gut. Amagaga ist, glaube ich, dreimal gewoneshottet worden. Wegen Fokus-Stoß. Okay. So. Haben wir Gen 6 auch durchgespielt. Jetzt gleich so grab it. Ey. MVP grab it. Durengard war, glaube ich, Neuquajutsu war natürlich der beste Kämpfer, aber eigentlich waren alle. Ich glaube, außer Amagaga waren alle wichtig. Mein Fiaro hat das Ende jetzt gelöst. einige Tage später strömt die Leute in Scharen nach Illumina City, um die Retter der Kalos Region und den neuen Schäden zu feiern. That's me. Die zählen nicht. Die, die haben nichts gemacht. Die haben mir dauernd Steine in den Weg gestellt. Die dauernd so, Leo, lass uns kämpfen. nein. Tomato, Trovato, ich habe keine Zeit. Verstehst du nicht? Die Welt geht unter. Und er so, lass uns kämpfen. Nein, Tomato, Trovato. Also, dass die, das ist wie, ich hoffe, das ist jetzt so wie Chewbacca in Star Wars, dass ich eine Medaille kriege und alle anderen nicht. Also, alle kriegen eine Medaille außer Chewbacca. Ja, ja, ein Blin. Krieg nur ich. Du bist einfach der Beste. Dankeschön. Im Namen aller Benuele von Kalos möchte ich dir meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Gerne. I did it. I did it. Ciao. Ne, die anderen haben es auch. Moment, aber ganz links hatte kein Emblem, oder? Oh, da war noch was. Jetzt muss ich gegen den Riesen kämpfen. What? Moment. Chill. Ich hab, ich hab Spaß gemacht. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, ein Trainer zu sein. Ne, musst du nicht. Leo sagt nein. Leopold. Bitte hab nur ein Asset, Fluet. Nur ein Fluet, bitte. So, und jetzt alle und jetzt alle meine Pokémon noch tot. Ich hatte gar keine Gelegenheit, meine Pokémon zu heilen, so. Okay, ich glaube, das kann ich besiegen mit Surfer. Was ist das denn jetzt? Drei Pokémon hat der bloß? Okay, den Kampf können sie nicht schwer machen, weil es wäre so aso, wenn du jetzt drauf gehst und nicht speichern darfst. Ich hab echt nicht gedacht, dass ich gegen den jetzt noch kämpfe, das hatte ich komplett vergessen. Golgantis? Okay, ähm, D-d-d-d-Duringard. Leute, ich muss kochen, ich muss, ich kann jetzt hier nicht gegen so einen komischen, unbeliebten Charakter kämpfen mit der schlechtesten Backstory ever. Was will der? Er will mir seine Blume zeigen. Symbolare. Ne, warte. Eee, Bip, 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 We are not cooking. I need to cook. Let me cook. Okay, nur drei ist ein bisschen peinlich. Oh, okay, er wollte ja nur mal schauen, wie es ist, ein Trainer zu sein. Hast du jetzt gemerkt, wie es ist? Wie schwer es ist, Trainer zu sein? Du kommst nicht mal gegen ein Kind an, du 3000 Jahre alter Mann. Ja, so 2995. Okay, das war. Das war okay. Danke für diesen Kampf. Es ist mir endlich gelungen, die Vergangenheit hinter mir zu lassen. Glaube ich nicht. Dass ich, dass die ultimative Waffe schuf und ein Leben voller Leid führte, gibt es nicht mehr. Mensch, was für ein zeitlicher Zufall. Leute, in der Buchversion von dem Spiel, da passiert es erst drei Kapitel später. Das haben die für den Film hier extra so gemacht, dass es zufällig im gleichen Moment passiert. Damit das alles ein bisschen besser zusammenpasst. Flöte. Flöte. Endlich. Nach 2995 Jahren. Jetzt kommt einer so. Da war was. Lass dich in ein Buch pressen. Den Augenblick, da er wieder der Mensch wird, den es eins in sein Herz geschlossen hatte. Shiny? Nein, das ist kein Shiny. Das ist das AZ Fluid. Wow. 3000 Jahre? Das sind 6000 D-Mark. Und somit, mit diesem Spruch beenden wir Gen 6, zumindest die Story und können morgen endlich alle Pokémon fangen. Ich glaube, wir schaffen in einem Stream alle zu fangen, oder? Ken Sugimori, der Meister. Und ich muss jetzt direkt sagen Tschüss, denn ich muss kochen. Eine Hangry Rosa ist auf dem Weg nach Hause. Und wenn die nicht zumindest Zwiebeln anschmoren riecht, dann hängt der Segen schief, sagt man das so. Angry oder Hungry? Hangry. Ich habe auch Hangry gesagt. Hangry. Ich glaube, da kommt nichts mehr, oder? Also es ist einfach, ich wache auf zu Hause und alles war nur ein Traum. Und dann darf ich speichern. die drei Pokémon sollten schnell gehen. Eben. Jetzt kommt der echte Champ. Azed Flat kommt mit sechs kleinen Mini-Pokébellen. Jetzt bin ich dran. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und James Turner war hier schon mit dabei. War James Turner nicht der, der Pokémon designt? Der einzige nicht-japanische Pokémon-Designer? James Turner. Ich dachte, da wäre erst ein Gen-7 dabei mit den Ultra-Bästien. Weil man sieht hier einige japanische Namen und dann kommt so James Turner. Dankeschön fürs Dasein. Tschüsseldorf, Tschüssikowski und bis und bis morgen wahrscheinlich, wenn wir die restlichen Pokémon fangen. Und morgen kommt für Patreon wahrscheinlich auch ein neues Video. James Turner! Morgen kommt für Patreon ein neues Video und dann wahrscheinlich am Freitag für YouTube. Bussi, auf Wiedersehen & Bye Bye. Ich suche noch James Turner. Kein James Turner mehr. Tududu!